und damit haben wir uns liebe leute willkommen wieder zurück zu der spartier lead dangerous hier oder lead dangerous hier mit mir und ein paar anderen leuten ja plan ist heute auch hier unter anderem hier die arena zu machen und ja natürlich den einen satz hier der hat sich leider nicht sehen weil der städt schon vorher geschrieben worden ist auch den muss ich gerade mal kopieren hier um fisch haben wir ja so das hier hat er hier geschrieben ja dann sind wir auch finde ich klasse ja tach holger unendliche planlosigkeit die sie haben durch das raumschiebs gerda und der captain ja okay ja dafür ist aber dachte ratio na ja genau so genau plan ist ja dann später auch hier arena na da ist man ja noch mal da kurz rein ja damit man ja sich daran gewöhnt sage ich jetzt mal na und dann ja ich schau mal was wir sonst alles reißen ja ja ich weiß gar nicht ob da jetzt groß hier schon ihren sprach chat offen ist ja ich habe mal wieder zugeschlagen hier sims 4 kennt man ja wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich dadurch pc oder so hat hier die beiden haben mal zugeschlagen hier im selbe momentan doch so wie noch da am rande erst mal nicht heute party gucken ja mal gucken ob da ob ich die sehe vom robot oder so ähnlich ist hier ja da also ja gott da gehen wir einfach mal rein in den chat ja wenn ich dich frage ob man mich hört kannst du ruhig mal ja sagen ja ob man das ist aber geil du darfst mich ruhig öfters einladen weil jedes mal wenn ich ins menü gehe von der ps hier kommt bei mir diese tolle feine fantasy musik guten abend nana so frauenkote erfüllt nein die wochen noch eine frau kote ich habe hallo nina gesagt ist doch alles gut wer von euch hast die grüne nase ich bin gerade am kämpfen ich kann das gerade nicht also da war sie noch alles fit ja gestern um mitternacht ging wohl wieder bei mir ist alles wieder um mitternacht ging wohl gestern wieder aufhaken wir auch ja heute morgen bevor sie arbeiten ganz kurz online hat den splinter auch noch angetroffen noch zwei mal arbeiten noch zwei tage wochenende und dann habe ich wie lang zwei wochen also zweis nein boah fuck ich hab schon wieder verkackt ja ich weiß dass Raumstein hier war man hat's gehört bis zum jahr naja ja gut ich bin auch nicht so weit weg vom olympiapark und heute sagtest du hier ab ja so um halb zehn hätte ich gedacht also dass wir so eine stunde wieder warm spielen mehr oder weniger und dann ja warum halb zehn kommt da immer dazu nö einfach so ach so ok nö nö die ist kaum um den schrank aufbauen die hat so einen monster schrank sich bestellt ja wie weit bist du gestern gekommen in kingdom camp wie gesagt ich konnte ja diesmal nicht gucken leider ja auch sorry bissl weiter ne ja das war schon schwieriger doch so viel ja halt ne mission hau mission oder achso nein nicht wieder abhauen ich krieg den einen penner nicht dauernd ey ach jo ich glaube halb zwölf oder sowas oder zwölf um sowas hä ich möchte ja ein paar äh oder mit mir fehlen noch ein paar ingenieure oder es gibt nur so viele und ich habe noch einen ingenieur und damit ich den in anspruch nehmen kann warte muss ich jetzt will ich ein zweites sagen äh muss ich äh wo war denn die jetzt genau muss ich 500 tonn ernst abgebaut haben insgesamt ja ähm hast du dich mal gedanken gemacht wann du dies so mit meinen äh auseinandersetzen möchtest ne willst du das auch in der opera machen wenn dann oder nein da hol mir ein anderes ok ok ja wenn ich da kann ich auch alleine machen ich komme dann trotzdem mit dem mit meinen das geht ja hier zu oder so schnell ja boah holger kannst du mal das mikro weg machen hehehe hehehe man moment der haut grad wieder ab ach scheiße ja du brauchst du eh hast du Zeit hehehe na jörg wenn du sagst farm spielen wollen wir denn dann haben wir jetzt die stunde oder die anderthalb ähm ne kurz eine stunde so ab ist es ja ähm wollen wir mal in so ein kampfgebiet rein in so ein kleines also was nicht hoch sondern gering und da so ein paar NPCs abknallen ne ne ich würde das mal kurz meine mission weg machen und vor allen Dingen habe ich hier da Dings angenommen äh kann man sich holen na hier ne da keine chance das ist ja wieder mein Ding zeug da oder hier ablieferungs zeugs äh ne ähm wie heißt das hier illegale bürgungssatz ah ok ja gut du musst jetzt oder so ne aber rober da kannst du mal kurz kommen und mir helfen da bist du schon im offenen spiel ich bin bei uns drin ne ich meine äh bist du noch im noob gebiet oder bist du schon ähm ich bin gerade so dumm zum kämpfen ich bin gerade so dumm zum kämpfen ich krieg den ein Typ ich blatt da haut immer davor ab ich bin aber doch ein bisschen äh bisschen gelenkiger nach Romindas Uidono hehehehe oder ich bastel mir schnell so ein feiter Ding zusammen Jumte du hattest hier du in der Adda kämpfst du ne ja ja die ist halt doch ein bisschen äh ungewicklich ja die ist halt mehr auf Transport eben äh optimiert ne die ist halt nicht so gelenkig zwei habe ich schon geschafft aber der jetzige hier der macht nicht gerade fertig na wie sagt wenn nicht dann halt x gedrückt halten und nach oben klicken und dann zwischen den Unterminus und das erste ist die Frachtdruck und dann gehst du halt eben auf Kraftwerk beziehungsweise auf äh Antrieb wenn du möchtest damit er nicht mehr wegrennen kann ne nur Fracht äh ist es egal welches von beiden ne na Frachtluke ist nur Frachtluke äh ja warum sagst du dann Frachtluke wie ich mein das erste wenn du hochschaltest als erstes kommt ihm Frachtluke du musst dann eben noch ein bisschen weiter schalten mehrfach geschützt Impuls Laser Verzeichnis Gena Kühlkörper Antrieb genau Antrieb oder FSA also Antrieb ist ja der normale Antrieb und FSA ist ja eben dieser Frameshift Antrieb wo man da eben in den Supergroups beziehungsweise ach scheiße ich schalte immer zu vorbei äh doch Rope es geht aber Schaden auf diese Komponenten Holger machst du erst wenn die Schilder unten sind ne kann sie nicht wundern das ist klar und wenn er den Antrieb treffen soll solltest du auch nicht aufs Cockpit ziehen jetzt zieht er wieder nicht die Waffen ja Ah jetzt ja da ist er ja Dachtsplendor so kann ich es nicht so sagen ja jetzt der Basti by the way sind jetzt 3 Tassen schlimm innerhalb von 2 Stunden Kaffee Nö ist ja gar nichts das riechende diena Stunden Alter Das war jetzt hier der Sub-Sound Wieso GZ? Eigentlich muss man sagen Danke, wir geben Geld raus Zwei Jahre D Leberkasse, das Problem ist bekannt, das ist so gewollt, da haben wir lange drauf hin gearbeitet Wann sehe ich denn das, wann das Scheiß Ding kaputt ist? Ja, da, unten links Ja, da geht Soridono, ne? Ja, ähm, Frage, müssen wir mitmachen? Ja, da, da, das hier Zwei Jahre glatt, nice Sehr geil, vielen Dank dir Und dann ist unter diesem Modul direkt, äh, der Zustandsbike Hä Äh, ja, Robert, ne, hier, Soridono will auch mitmachen, ne? Ja Da ist er schon im Spiel Ich denke mal Die Mähde ist so besser Dann lade ich nur erstmal in die Part Achso, äh, sorry, ich hab mich leider nicht in der Party drin, ähm, wenn nicht, dann müsste ich wirklich mal vorschlagen, dass ich, oder Ja, ne Na, voll ist es da, dass ich nicht nur einlangen kann Jetzt ist er am Sack, der, der Typ ist grad gegen mich geflogen und ich hab den auf die Hörner Da kann ich nicht mehr wegfliegen Na, hast du jetzt ne Unterblüter ausgeblendet? Ja, aber ich mach da drauf keine Ahnung, jetzt hab ich nicht so platt gemacht Okay So Meine Fresse, ey Wat ne schwere, geboter Typ Ich trau mich sehr Hast du Sohre jetzt mit dem Sohre, Jörg, hast du Sohre jetzt vorgeschlagen, oder was? Ja Mit dem Sohre Bling, Mission beendet Nice Trophy Nein Trophy, die 50 Quests, oder wie? Äh, das ist die gute Frage Ja, Mission beendet ist 50 Quests Als nächstes bei 250 So Ähm, so wie Donau, ich lade dich trotzdem mal meine Freundesliste ein Die kannst du dann von mir später wieder löschen Ähm, aber da kann ich dich mit zu uns in die Staffel, beziehungsweise ins Geschwader holen, damit ich uns zusammen in der Kuppe fliegen kann Ich muss erst mal mein Schiff benennen Oh ja, das ist wichtig Der Name Meine Adder heißt gleich der Biertransporter Ich hab das nur vergessen, vor dem Start anzumachen Oh, danke, du hast mich auf ne Idee gebracht Ey, Biertransporter ist meins Nee, nee, was anderes Kloppt euch drum Oder nimm die MMS Rollator Ja, das finde ich immer noch da Was ist eigentlich Schiff-ID-Schild? Schiff-ID, da kannst du dir irgendeine ID vergeben Das ist... Ja, das ist ein Rollenspiel, wenn du so möchtest Kannst du reinsteigen, was du möchtest Darf maximal sechs Zeichen lang sein Also ich nimm dann immer so... Ich hab jetzt Schiff zum Beispiel die Parabellum und dann nämlich ja die... Den ersten Buchstaben und den mittleren Buchstaben und dann noch irgendwas war dahinter Das kannst du dir... Das kannst du dir gestalten, wie du möchtest Ah, okay Und das kannst du freilassen Ey, dass das so ruhig noch lebt, das ist ja auch mal was So, ähm... Jörg und Holger... Hä? Nee, Holger noch nicht, aber Jörg, du hast ja schon die... Die Trophäe für ein komplettes Geschwader, ne? Ja Und Carmen auch Aber... Der Splinter hat der, glaub ich, noch nicht und eurer noch nicht, ne? Weiß ich nicht, ich hab irgendwie nur dritt ein Geschwader bei Du hättest ja auch etwas mit... Andi Kanonen oder so nehmen können Was? Andi Kanonen Nein! Das ist nur grad der Kommentar aus dem Hintergrund Die sind mit dem Namen nicht so toll Soll ich dir mal die richtige Kommentare zeigen? Hä? 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 Der andere hat nen Bier-Transporter Ne, noch, noch hab ich nen nicht Noch hab ich nen nicht, aber gleich Na, Daniel Ich hab nicht vergessen meine Etta, äh, umgespielt Carmen, bist du im Spiel? Was? Ja? Ja, ja Was? Ja, zwei was? Nö Was muss ich denn als Startpunkte auswählen? Äh, na, du kannst ja auch schon wieder, du gehst ins Newbie-Gebiet Da, wo auch Jörg angefangen hat Dann fängst du bei Tromi an, oder du gehst gleich ins Fängst nicht im Newbie-Gebiet an, dann ist es Hasellus primus Also ich bin im Newbie-Gebiet immer noch Da kannst du von Anfang gut leveln und, äh, leveln, bisschen Kohle machen Ja, und die Gegner sind sehr, sehr leicht Also wenn du zum Beispiel im Anfangsgebiet Kopfnet-Jagd machst, was sorgt ja auch nicht Die Gegner sind sehr, sehr leicht Ja, dann tun wir auch schon mal Ja, mir geht's super, klar, wo auch nen Ende halt, ne? Das warst du ja auch bei dir so Aber nimm keine Asteroiden mit, die tun nicht gut Ja Dafür die Sonnen, die sind toll Ja, hör mir auf, ich bin schon kaputt gegangen wegen der Scheiße Du lach nicht, du hast Asteroiden mitgenommen Hey, aber immerhin keine Sonne Ja, macht die Trainingssimulation Sinn? Äh, wenn du noch keine Ahnung hast, würdest du die empfehlen, ja, dass du zumindest mal den Anflug lernst und, äh, dann machen wir das doch mal Wir hatten bei euch in einer Freundsliste einen Spieler oder eine Spielerin mit dem Namen Mosch 187 Mosch? Die Mosch ist weg Weil er oder sie kommt, weil sie bei mir in der Gruppe ist, in der Scheiße der Gruppe Äh, nein, ach Mal Profil anzeigen lassen, wer das ist Detlef Deine Günther Kleiner Tipp, Suri, wenn du einen schwarzen Planeten siehst, mit einem blauen Kreis, mach's nicht wie ich, weich mal den Kreis aus Warum? Sonst passierte das wie mir Und du kriegst einen riesen Schreck und denkst, das ist ein schwarzes Loch Ja, wo ist dieser Penner? Eieiei, zu leid Danke Bitte Boah Gibt's das auch Aber bei Final Fantasy 7, ey, ich mach diese eine Trophäe so fertig, wenn ich die nicht kriege, nochmal neu Und es gibt ja danach noch drei verpassbare Trophäen, das wird super Wenn ich da eine verkacke, dann sind dann später locker über 70 Stunden weg Mindestens Oh, ich frag mich grad, warum ich nicht vorankomme, ich soll vielleicht mal den Super Cruise machen Scheiße Ich fliege mir jetzt schon fünf Minuten da zu und denk mir so, hm, ich glaub so scheiße Worte überwertet Nein Mach dir nichts draus, äh, statt zu springen, bin ich ja auch mal im Super Cruise einfach nur geradeaus weiter Ja, ich auch Ja, ich auch Das steht für langsam So, wir haben eine Runde abballern, mal Ja, da geht's, ja, seh ich auch Und steigt die Treibstoffkapazität Ach so, ja, du bist ja auch gar nicht mehr bei mir Warum auch immer, keine Ahnung Bist für mich nicht mehr davon, das ist, äh, lass dich umgeleidend in Mosh 187 Was? Na, moch, moch Prozent ja so nennen sie er oder sie sich ich hab mich aber in die Party eingeladen habe ich doch mal eine Liste aber im Spiel sieht dich leider nicht du musst mich ehrlich, was? ok, ja, ja, schonmal ja ne Fisch, ich mach's wie gesagt wie in dem Film, per Anhalter durch die Galaxie Daumen hoch und dann wird er schon ey der Film ist super mit dem depressiven Robo ich hab den, weil wir das vor zwei Wochen oder so hab ich den geguckt, ah das ist, ab und zu kann man sich das echt nur antun oder die Star Wars verarsche, dessen Namen ich immer wieder vergesse der Spaceballs richtig, danke ich vergesse den Namen an dem Sprechwort vergesse indem man so ein Namensgedächtnis hat wie ich da kannst du alles vergessen ich bin ein Militar, halt meinen Schalb-Könitar ja ah, der Film ist super das ist echt geil, ja, stimmt Monty Python halt oder ne, Quatsch, das war nicht Monty Python ich versteh nur nicht, warum die nicht sowas eingebaut haben in dem Film wie LSD 2 LSD 2 LSD 2 oh man nehm nehm doch bitte mal die Geschwarteinleitung an dann haben wir schon mal ein oder zwei Leute gleich durch die Profil ja, sorry Robert, ich weiß keine Beziehung über LSD ähm wie kommt so ein Zeug nie an die, fast nicht mehr oh so meinte ich das auch nicht oh shit, oh shit, wie bei LSD, hallo es rüft jetzt eigentlich rasch was? was? hä? kann nicht na komm jetzt kann nicht, ich muss grad ballern kann nicht, ich muss, ich muss ne Station an fliegen anderen Schiff, ich will dich nicht an Carmen, ich flieche auch an eine Station und hab die Einladung angenommen also ich hab das Talent dran, vorbei zu fliegen ja, also bitte nicht zu stressen, ich bin ne Frau, ich muss langsam machen ja genau und dann sagen die Frauen immer, sie werden nur holt die Tasten für sich wach, das ist ne Lüge oh haha hh 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 h 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 ja super paranüsse essen und lachen geht nicht doch bestimmt für ein besseres bild musstet ihr die in die nase stecken h 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 prozent schon seit zwei tagen warum steige ich nicht auf weil du halt erst die entsprechende mission machen musst sagt sie heißt immer kauf geht jagd für die flotte oder transport mission für die flotte oder kurier mission für die flotte ist halt also namentlich immer so h 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 für eine seite zu entscheiden und du entscheidest dich halt für die andere Seite weil du solltest dir diese Piraten da der so und so Fraktion abknallen und dann lässt du dich überraschen und dann knallst du halt da, ich weiß ja nicht wie viel du abknallen sollst, was steht denn in der Classbeschreibung, da steht bestimmt eine Nummer, eine Zahl, keine Ahnung, keine Ahnung, warte, geh ich nochmal rein, ich will die ja nicht machen, aber ich wollte halt mal wissen, was das ist. Wie gesagt, wie gesagt, in diesem Anfangsgebiet ist alles easy peasy, da steht keine Zahl, dann fliegt sie einfach, dann mach die doch einfach mal an, mach die doch einfach mal. Nee, jetzt nicht. Jetzt sind sie sowieso gleich in PvP, also von daher. Ja. Ja, geht's bei mir gleich raus hier, schon mal ins Hauptmenü, dann mach ich auch zwei kurzes Poison vorher. Ja, was denn, machen wir das gleiche oder soll ich hier noch ein bisschen rumfliegen? Ja, muss ja du wissen, aber ich mach jetzt hier einfach ein kurzes Poison, dann geh ich schon mal raus ins Hauptmenü. Also ich geh gleich rein in die Arena dann, sobald ich wieder komm. Der redet nicht mehr mit mir. Ja, so. Äh, ich soll vielleicht das Mikrofon wieder anschauen, ne. Also ich geh jetzt raus ins Hauptmenü. Also sprich, ich mach jetzt kurze Pause rein, ne. Und dann, wenn ich wieder komm, geh ich rein in die Arena. Also zurück zum Hauptmenü, ne? Ja, je nachdem müssen. Dann mach ich das auch und die auch nochmal fix. Jo, oder so. Dori, willst du dann gleich die Chance nutzen, dass ich mit dir dann schnell die Steuerung durchgehe? Ja, kurz, brauche ich gleich wieder nach. Jo, bis gleich, lass die Zeit. Bis gleich. Dori? Jo, bis gleich. Ich glaub, du kriegst keine Antwort mehr, Robert, hm? Ja. 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 Hört sich ganz danach an. Ja. Ah, das geht nicht. Ich muss nämlich langsam auch dringend machen. Ich hab den Stream von Jörg ist nicht offen. Hat er vielleicht im Chat geantwortet? Nee. Aber soll ich schnell schreiben? Nö. Wer nicht will, der hat schon. Busse ich sich hier, Menino? es ja wohl der schön Dann bin ich auch mal was weg, oder? Oh, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Prost, Fisch. Möp, Möp. Schnauze in die. Keine Zeit. Start. 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 Keeper Probleme games charity. Start. 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 ja je nachdem also die anderen die gewinnen sollen die ballerliga sind ja noch mal gar nix rockstar er nicht so ein spiel punkt mal gucken ob es überhaupt funktioniert ja klar also dann machen wir noch mal pause oder hat man gerade gerade die arme wer hat die karte gezogen mich ins team gekriegt schlug ich dir mal ist und das war kein witz so sieben sekunden kamen dann geht's los noch drei zwei jetzt stürzte du so erste steffern wenn ich so inzwischen kommt ja und vor allem es gibt auch neue um neue event also alles gibt ihn auf jeden fall ich bin team blau mit holger und so ritz und jörg ist mit mit den beiden löschen danke ich hab dich auch lieb so ja mäßiger welches team zu anfangen mit gewinnen mir wurst wenn mir auch ich will erstmal abballern also blau gegen rot ja wir sind selber blau also in dem fall ja gut wir sind dann für euch rot ist klar und genauso wie für uns das kippeln werfen das ding hat ja eine steuerung vom allerfalls also ich habe sowieso nur im target ja die waffen sind hier ihr müsst ihr manuell ziehen die sind nicht die sind nicht kardar nicht ach nee echt jetzt ja voll echt so und wer hat gesagt hier gibt es keine astro ja also ich bleib ganz normal stehen also mich können wir jetzt mal abballern weil er so ist jetzt verstanden aber ist ja hier rober das war dran und so ne oder na gut dann machen wir jetzt einfach mal auf Waffen und Antrieb lasst dir keine Schilde ab ich glaube ich habe dich gerade gerammt oder ne du bist gerade vorbeigeflogen aber wieso bleibst du hier einfach aufstehen und schießt einfach nur ich musste erst mal mit dem schiff klarkommen achso hallo also sei einfachste ich bin der beste Flieger überhaupt was ja wiederbelebung 3 2 oh ich sehe sie ansehen den Kid Buu 8 9 8 9 1 9 ja die Pfeife ja so halt hier zehnmal durch ne ja klar und dann halt umgekehrt ja kann man das Team aber auch irgendwie ähm gezielt machen weil das wäre ja doof wenn wir danach wieder machen und wir sind ähm wir haben da wieder halt ja ich denke mal da wird danach vermutlich wie so ein Rematch Möglichkeit geben dass wir da halt auswählen können mit Rematch ne hoffe ich das wäre natürlich das beste ne weil klar wenn natürlich danach wieder random teams zusammen gewürfelt werden wäre es natürlich scheiße ne hehehe da muss man dann das Team am besten nehmen wo halt die meisten drin sind wo die 10 noch nicht haben ne genau genau also ich stehe jetzt eigentlich direkt über der Basis so gesehen also wirklich oben drüber nicht drunter sondern drüber ne wer ist da jetzt grad an Splinter vorbeigeschossen hehehe keine Ahnung hehehe hehehe machst du gerade Angst haben mit mir oder was hehehe 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 wenn man jetzt natürlich einen guten Orientierungssinn hätte ne wer ist die hehehe jo da einfach oberhalb der Basis ne da wo halt die Bildschirme auf der richtigen Seite stehen und nicht auf dem Kopf man sieht es ja wo sie befestigt sind ne und dann ja äh es gibt ja auch so sogenannte ähm ähm äh booster die man sich holen kann ne äh erkennt sich auf dem Radar an diesem Schilds im Grunde einfach durchliegen dann kriegst du halt mehr Schild oder kurzfristig mehr Feuerkraft Moin Rilax ich hab mir jetzt einen Stealth Mode geholt ja hi Andre und bin jetzt für euch sozusagen erstmal für eine gewisse Zeit lang nicht äh sichtbar äh jeder 250 Abschlüsse im CQC na klar die Farms sind dann nach einfach hier bei der normalen Deathmatch ne also jeder gegen jeden na da bietet sich sowas hier nicht an den Scheiß machen wir ja nur wegen 10 Siege ne die du halt haben musst in Team Deathmatch und Capture the Flag ja und halt nebenbei reine Ränge fahren und so weiter ja weil die zwei Modi sind auch die wo du mindestens vier Spieler brauchst anstatt nur zwei bei Deathmatch Tohh Robert reiskalt ja ich war auch noch dabei hui 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 ja 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 ich war gespannt ob sie bei 10 Siege oder sowas aufhört oder man da wohl die 15 Minuten durch spielen muss ja ah ja ja Ja, das ist ganz nett. So. Oh nein. Höh? Hahahaha, das war das. Geil. Geil, fliegt an, dreht vor mir hoch und fliegt wieder rückwärts runter. Hahahaha, das sah geil aus. Ich hab nicht hingeschaut. Guck, guck. Hahahaha. Ahhh. Was ist denn das? Ach, der Robert. Hehehehe. Hehehe. So. Ja. Also ich glaube eigentlich, dass man die Zeit herunterspielen muss, ne? Ey, dieses Dreckschiff, das fliegt nicht so, wie ich will. Gut, dann ist das natürlich so ein bisschen langweilig. Aber dann wird der, das wäre schlussiger. Mit jeder gegen jeden. Hehehehe. Nö, da bleib ich auch stehen, das geht ja schneller. Maul nicht rum, ich hab grad das erste Mal einen Schuss getroffen. Hehehe. Hey. Das bringt halt nix, wenn die Karre erst bei 100 oder so auseinanders. Da fliegt er rum. Der Robert. Höh. Hui. Hey. Hey. Da, Holger wieder. Der Farm-Bot. Hehehe. Na ja, wir müssen Zeit herunterspielen. Ha, schade. Gut, 15 Minuten mal 10. Beziehungsweise, wenn die Teams so bleiben würden, mal 20. Das zieht ein bisschen. Plus hat er das Lech nochmal für Captured Flake. Von hinten getroffen. Von hinten? Von hinten ist immer gut. Bäm. Wow. Voll rein. Oh, das sah gut aus, als er Splinter zerrissen hat. Du hättest meinen Tackle sehen sollen. Der war gut. Mein Tackle. Oh Mann ey. Voll reingeflogen. Voll weggebamst. Wenn das für euch dann danach nicht genügend Punkte gibt, dann war es ja auch nicht, ne? Weil 12-0 jetzt schon. Gہälter. Gہälter. Oh Mann. Halt! Halt! Ja, sag doch was! Oh. 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 Ist die Steuerung hier ein bisschen anders wie im normalen? Nö. Ne. Na ich kann, ich kann zumindest mit X und links rechts keine Gegner auswählen. also das ist das ist bei x leider nicht belegt alles andere aber ja ich sehe ja was ich so getestet habe fünf stunden plus fünf stunden plus pause plus anzeige ich lange ja gut aber so gibt es ja im meisten sinn wenn du das regulär versucht zu spiel also keine chance ich habe ja mit einmal kurz reingeguckt weder normal das match team das match startet gar nichts weil kein spieler also kommt so ein bisschen entgegen die als station ist ja ich schäme oder station da würde mal danach ja dann sagen wie viel punkt ihr da kriegt also so ran technisch und so so dinde bleib stehen oder du kriegst nen teckel ja robert wieder der alte hier ne ich mache hier den meisten schaden ja mein kielpup abstauber Oh, er kommt da ein Gebrotst, wer ist denn das? Ja, er fliegt dran vorbei, der Robert, ah schießt immer auf jemand anderes, ok. Kippu setzt Teggle ein, oh man, es ist sehr effektiv, ja, ich habe mir heute erst aus Langeweiner hier einen Speedrun von Pokémon Rot angeguckt, oh fuck, jetzt bin ich gegen die Station rumgerauscht, erst jetzt, erst jetzt, ja, das geht schon, ja, sowieso, das Spiel ist ungefähr auf Sicht, also zwei, drei Stündchen oder so, da bist du dann auch drin, das geht dann schon, im Normalfall, wobei, ja, es ist gut, Arena nochmal ein Stück lang, das ist, aber, ja, das normale Spiel ist wesentlich simpler wie die Tutorials. Welcher Typ fliegt denn hier so einen Scheiß zusammen? Ich wollte gerade sagen, ich will hier immer noch, aber jetzt nicht mehr. Ich will meinen Namen auch mal rechts oben stehen haben. Eieieieiei, critical damage. Das ist ja die Feuerwehr, die diesem kompetenten NPC auch. Tackle! Bam! Benno, das war meiner. Habe ich Carmen mit meinem Tackle gekillt? Ja, easy. Nein, wir. Jawoll. Ja? Wir verstecken dich dahinter am Astro. Spinter. Tackle! Bam! Wenn das dann nochmal intensiver stehen wollt, diese Module hier, diese Schild-Symbole auf dem Radar, das sind halt irgendwelche Boni-Boost, die euch kurzfristig holen kippt, ne? Bam! Sieg! 25.0. Geht doch noch? So, Punkte. Ich kann dir sagen, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe bekommen Punkte 1450. Ich auch. 150. Ja. Das kann man mal hochrechnen, ne? 500.000 brauchst du den für einen 50. Wie viel, Holger? Äh, Jörg, bitte? Äh, 506.000, genauer gesagt. Okay. Okay. So, fortfahren. Ja, hoff, warte mal. 600 MP, XP sind das letztlich. Aber das will ich schon was noch machen. Ich kann nur überspringen theoretisch hier für die Map überspringen. Rauswählen. Aber... Wow. So, hab nochmal 645 bekommen. Also, ich bin jetzt Rang 3. Ja, man sieht's, ja. Wow. Ebenfalls, ja. Ich bin Rang 1. Und die Igel freigeschalten. Ich hab die Sidewinder, die Igel und die Imperial Sidewinder. Ah. 25 Abschüsse, dann ist Schluss. Zeit war nicht vorbei, meine Fisch, aber gerade. Gute, hab ich gar nicht drauf geachtet. Okay, dann ist das auf 120 Abschüssefeueramt. Sind wir schon wieder im gleichen Team? Nee. Nee. Jetzt will ich aber ballern. Ich will auch mal ballern. Wo bist du drin? Man ballert jetzt halt. Wo seh ich denn, wer in mein Team ist überhaupt? Mach mal so in den Ball. Also, der Suri ist, glaub ich, bei... Oh, ich bin jetzt bei Splinter und bei Carmen. Ja, geht's nicht. Ja, Suri ist bei mir. Die haben gerade alle versagt. Wer darf jetzt ballern? Na, ich baller jetzt nicht. Wer ballert jetzt nicht? Wer war das? Na, ich hab ja... Ich hab mit Holger und Suri dono gerade geballert. Jetzt mal lang halt. Jörg, Carmen und Splinter. Ja, Splinter und Carmen sind bei mir im Team. Wollte ich grad sagen. Ich sag aber, das andere Team. Weil ich... Ich bin da... Ich bin bei dir, Robert. Ich bin bei dir und Suri dono. Nein. Ja, dann würde ich halt sagen, weil in meinem Team halt mehr Leute sind, die... Die es brauchen, wach? Ich mein, bei mir sind es zwei. Wo siehst du das denn? Achso, unter Kontakte, ne? Ja. Keine Ahnung. Du stand halt grad da. Ich kann... In dem Team hier sind es auch zwei. Ja, unter Kontakte, ja. Sorry, dono. Robert. Splinter ist rot, weil ich den eh schon gesehen hab. Ja, in mir wusst. Wie wir das am sinnigsten machen. Weil ich mein, hier schlussendlich kommt es fast auf das gleiche raus. Weil irgendwann hier... Außer wir haben natürlich gewartet hier ja Glück. Und es kommt auch, äh, was ich da auf null raus dann. Also es gleich sich irgendwann aus. Huss, da ist Splinter! Lässt du Feinde immer stehen? BAM! Ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu blöd, um hier mit den Schiffen ordentlich zu fliegen. Ich fände keinen von euch. Direkt an der Basis, wie immer. Ja, das ist super. Ansonsten die Schiffe unter Kontakte ausgehen. Eieieieie. Schon wieder der Jörg. Ja, Entschuldigung. Sag mal, ich kann sogar häufig schießen und ihr seht mich nicht. Gut, warten wir auf euch. Ah, okay. Schalke, ausmachen halt. Hä? Ich wollte eigentlich nicht mehr. Holger, Leute. Ja. Ja, ja. Scheisschiff. Also, ich komme hier mit dem Fliegen von diesen Schiffen irgendwie gar nicht klar. Oh nein! Aber je besser die Schiffe, desto schneller geht's. Hast du jetzt gemerkt, nachdem dein Schild weg war, easy. Was hast du mit dem Asteroiden, Holger? Ja, ich hab ihn geknuddelt. Ich wollte mal gucken, was Carmen da immer so hatte. Von wegen, ah, die sind zu gefährlich. Naja. Wer ist jetzt da oben? Der dreht mir seine Kreise. Ah! Ich hör schon auf. Alter! Ich bin echt so glücklich! Oh Mann! Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ui! Das ist ein Schiff. Was ist das? Oh Mann! Ich hatte noch 20 Kills. Alles rum. Ja, Robert fliegt ja die ganze Zeit hier im Kreis. Den kann man gar nicht treffen. Da müssen wir mal anhalten. Schöner Asteroid. Autsch, Autsch. Robert fliegt die ganze Zeit weg, da habe ich mit den Billiglesern gerade keine Chance. Team, das Match ist das. Ja. Ja, einfach mal stehen bleiben, dann geht das Ganze schneller. Ne? Ja, ich habe ihn getagelt, vielleicht hilft das. Ich weiß nicht, wie für die anderen sage ich mal, die auch, weil die meisten hier zum ersten Mal mehr oder weniger spielen. Für die einfach, wenn sie einfach nur hier ranfliegen müssen auf Reichweite, abbremsen und einfach Dauerfeuer, fertig. Wenn man hinterher fliegen ist scheiße. Bist du immer noch nicht kaputt? Ja. Dann wird steht 0%, ich wollte schon sagen. Aber die Laser gefallen mir überhaupt nicht, wegen der Abkühlzeit. Doch, die sind gut. Ach, Tricks Asteroid. Mann. Da fließt jetzt der Nächste an mir vorbei. Ich weiß nicht, seht ihr mich da ja, wenn ich einfach nur rumballer? Dann müsstet ihr mich ja theoretisch ja sehen, oder? Auf der Karte da. Jörg, ich habe vorhin auf die draufgeballert und die sind einfach schnurstrack zu mir vorbeigeflogen. Äh, ja okay. Also werde ich denn schon wieder geschossen. Also mach dir keine Hoffnung. Ah, da ist einer, weiss denn das. Oh. Gibt es in dem Spiel eine Hupe? Ich komme mal zu euch zwei da hinten. Weil ich jetzt anstelle, wenn sie auf einem Haufen stehen. Aus irgendeinem Grund komme ich mit diesen Schiffen in den Tiefen überhaupt nicht klar, ne? Ich weiß nicht. Wow, Strahldeser muss erstmal abkühlen. Du kannst ja deine Punkte da hier auf Waffen, auf volle Pulle rein, ne? Also mit dem D-Pad kannst du nach rechts drücken, dass hier bei BAF, wie Waffen, hier fünf Punkte drin sind. Ja, ja, ich weiß, das weiß ich. So. Der direkt neben dir, sorry, äh, Quatsch, hier, weil es ist Holger. Ach da, vor dir. Oh, mir meinst du. Ja, jetzt ja. Oh. Aua, das war Basis. Hä? Ja, der hört nicht, der will nicht, dass das schnell geht. Naja, was willst du sonst machen? Also, ist zwar nett gedacht, diese Modus, aber es ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Kein Wunder, dass du tot bist, sag mal so. Vielleicht wird er ja noch besser. Wie noch besser, hä? Der ist schon Jahre alt, der Dinger. Ja, nicht mehr so scheiße. Achso. Nö, das interessiert ja keinen, ne? Die Elite spielen. Dieser Modus meinst du, ja? Ja. Ja. Na bitte, Carmen, siehste. Wieso haben wir in zwei Punkte? Ja, weil Robert, äh, die ganze Zeit ballert, anstatt es auf der schnellen Art und Weise zu machen. Ja, sehr. Und weil ich gerade so blöd bin zum Fliegen. Ah, jetzt, jetzt aber. Hier habe ich einen roten Punkt. Äh, wir haben einen Rande mit drin. Huba, Chris, Chris Sattel. Jetzt hat er mir den Kill gegnaut. Carmen, das ist gemein, das war mein Tech-In. Ich muss mich noch einmal, ja? Zweimal. Schon wieder, Robert. Danke. Macht doch ja nichts. Nö, überhaupt nicht. Das war dieser Puber-Crystal. Hab doch gesehen. Was ist denn das Arschloch? Ey, können wir den Kicken? Okay. Äh, nee. Das hat du nicht getan. Das ist es. Nein! Ja, ich weiß nur noch nicht, um was zu sagen. Wir sind ja im Dreh. Ah. Oh, hol mal was du hast. Ich bin nicht nur late. Uiho. Äh. Okay. Ja gut, mit dem Rande ist es natürlich halbwegs ein bisschen kacke, ne? Na gut. Ich glaube, das lässt sich auch da auch nicht vermeiden. Ja. Ja, bist du kaputt? Nee, Schild ist hinweg, ja. Okay. Ich glaube, nur 79%. Ich bin neben dir. Ich bin oben. Oh. Ich bin neben dir. bei dir ist gar kein kommando drin das sieht dein sitzplatz sehr leer aus außer du bist dieser skelettkönig da drin ja klar ich glaube dir ist irgendwo schaden ja mal passiert tschüss da leuchtet es rot bei dir also ich stehe direkt neben ihm ja ich muss mein laser gerade aufladen ok und ich werde halt wieder beballert also entweder ist es wie der robert oder der andere typ ja ich bin da unkirch der wird aber nicht lange drin bleiben weil der sieht es ja dass hier viele von uns einfach nur rumstehen nach ja und da müssen sie mir auch gewaltig auffallen dass vor einmal sechs spieler in dem spielmodus sind wo sie keine sau drin ist na also das fällt eigentlich normalerweise auf ja vielleicht wieder mit farmen ja aber nächste runde baller ich auch mal ich habe versucht sie abzuhauen ich gucke es ja nicht Scheiße. Ja, das sollen wir dann im Modus normal spielen. Keine Ahnung, mir egal. Na gut, wir kommen ja so oder so nicht rum, wir brauchen ja diese Drecksiege, ne? Ja. Jeder Zehn. Also ich mache in der nächsten Stunde, mache ich mal gar nichts. Ich bleibe einfach, wenn er da drin kommen soll, dann fliege ich da hin und dann kann ich kaputt schießen. Oh, ist ja eh schon vorbei. Würde was sagen, außen wäre es bei mir, weil ich würde ja auch mal gern bar wollen. Liederlage! Hat jetzt eigentlich jeder einmal geballert? Ja, ich habe auch mal geballert, aber irgendwie... Der Splinter und Carmen waren jetzt bei mir und ich war jetzt halt schon zweimal. Ah, war ja klar. Ja, aber Robert und Suri hatten ja auch schon. Ja. Ja, weil jetzt die Teams ja durcheinander geworfen wurden. Also bei mir kannst du fast zählen, wie hat nichts getan. Da kann ich auch irgendwie... Profil... Kicken oder sowas oder Anforderungen stellen kann ich nicht. Geh nur Profilanzeigen oder zurück. Wow. Naja, gut. Maximal kann jetzt noch ein random reinkommen, ne? Na ja, das ist 8 Spieler. Maximum. Nein, 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 nein! Doch? Nein, 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 nein! Lass das Bild weg! Ich habe Zandas zu diskutieren! Oh, Enti nimmt immer hier mein... Entschuldigung, Holger. ...meine... Was? Du bist bei mir. Ja, nice! Dadurch du auch mal ballern wolltest, bin ich... Ich habe gar nicht drauf geachtet, bei wem ich bin. Ich glaube auch bei uns. Ich bin mit Nightcap und Sobidone zusammen. Ja, ist ganz gut, weil... Ne, Jörg, du musst ja für den Stream immer ballern. Ja. Ja. Na schießt mich einfach ab, ich mache das. Hier! Treffen wir uns bei den Leuchtträgern-Refeln oder...? Ich bin mit der Leuchtträgern. Es ist sowieso ein Teil! Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, ist nur die Frage, welche Leuchtträgern-Refeln? Ja, ja, ja. Wenn, wenn das, wenn die Kindchen, ne? Ist ganz sehr zu gut. Wenn sie mal aufs Wort hören. Ja. Ist toll, gell? Ja. Fliegt ihr wieder rum oder bleibt ihr stehen? Ja. 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 Dreh ihn ab. Na, Jörg, ich und noch jemand aus meinem Team. Wir sind sofort, weil der Random ist da. Bei uns. Mit drin. Den Random baller ich gerade ab. Ja. Ja, das kannst du machen. Wird weniger. Aber was zur Hölle seid ihr denn dann? Also Carmen fliegt bei mir gerade rum, aber die bewegt sich ganz gut. Ja. Aber ich habe jetzt schon wieder ein anderes Schiff und das ballert irgendwie scheiße. Was? Echt jetzt? Oh, endlich. Nice. Wo sag's? Ach, den Spieler hier, den kenne ich auch auf den ich gerade schieße. Hm. Schießt du gerade auf mich? Nee. Machst du nicht mehr schieße. Naja, auf mich hier. Ich glaube nicht. Ja, schießt du nicht. Ich darf nicht mehr schieße. Yay! Och, Robert. Er hat das bei dem stehenbleiben? Ach so, ja, ja. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Ja. Tackle. Bäm. Oh shit. Ich glaube ich exportiere. Was? Zerstörung in Szenen. Was? Okay, ich bin nicht so weit weg sein. Ja, weil ich dich gerade gerammt habe, bin ich tierisch nach unten geflogen. Aber mein Tackle hat dich gekillt. Wie kann denn das eigentlich sein, dass die anderen schon bei 3 sind? Aber ganz ehrlich, wenn wir das nicht boosten würden, hätte ich schon nach einer Runde keinen Bock mehr gehabt. Ja. Deswegen freu ich mich gerade. Wie kommen denn die anderen auf 3? Und wir haben 2. Also irgendwas steht er nicht. Der hat einen Spieler, der irgendwas zu kriegen ist. Ja, der, der Random ist bei uns. Also sprich, da kann es nicht sein. Weil der schießt für uns. Ne? Ja, aber Kamen hat den auch schon abgeballert. Nee, ich war dann ganz schon wieder. Vielleicht für mich. Ja, okay, dann lassen wir den Random so vor. Der ist hier Freefall. Dann mach einfach so. Ja, dann bist du perfekt. Dann bist du wieder rein. Und weil er mich gerammt hat, bin ich gerade in dieser Scheiß-Selbstzerstörungszone drin. So, es ist ja zerstört, das könnt ihr mich zerstören. Ich bleibst hier stehen. Wo bleibst du stehen? Na hier, im Weltraum. Kaffe. In der Nähe von Asteroiden. Die dritte oder die vierte links. Also, ich muss sagen, dieses Salvenlaser gefallen mir überhaupt nicht. Ach so, sollte ich vielleicht mal die Energie aus den Schilden rausnehmen? Ja, da geht's ein bisschen schneller. Weil die Zeichener-Dick jetzt wiege, die hat ja die besseren Schilde. Oh. Sorry. Bleib stehen, ich mach's kurz und schmerzt los. Jojojo, hau raus damit. Hm. Hast du gehört? Siege hat's gesagt. Was geht da eigentlich im Hintergrund ab, ey? Ja, weil mein, mein Kind hört heute mal wieder aufs Wort nicht. Ah, das Wort. Naja, probiert den Kills, du Clown-Now, ging nicht. Drei Kills wurden mir schon von der Nase weggeschnappt. Oh, oh, Asteroiden. Oh, oh, Asteroiden. So ein, zwei. Was ist das denn? Oh, sah gar nicht mal so grün aus. Ja, Baller denn ist auf mich. Ach, du bist du ja. Ja. Na? Na? Ich versuch gerade, das jetzt noch eine Drohne zu holen, aber der fliegt ja auch lieber durch die Gegend hier. Ja, ich dachte mir, ich flieg mal irgendwo hin, wo ihr mich findet. Im Ernst? Ich kann nicht den random, um ihn über den Haufen zu hauen. Also, ich sehe, Holger und Jörg sind so zwei, zweieinhalb Kilometer vom Übergeschoss. Ja. Da ist jetzt dieser random wieder. Ja. Hat schon den random abgeteilt worden? Nein. Jörg hört den Kill noch nicht direkt. Boah. Ja, Gott sei Dank, ja. Da ist Splinter. Schieß mich ab, ich stehe hier. Hat mit dieser random grad Team-Schaden gemacht? Jörg. Das kommt davon, du hast ihm eingeklaut. So richtig finden sie mich. Ja. Ich bin da so geil. Holger, das war meiner. Ja. Nein, das war ein Tackle Kill. Wer haut denn da schon wieder ab? Wer haut da ab? Warte, den random will ich aber abknallen. Nein, die. 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 Ja, der random will ich bei der Free Fall, wenn du den sehen soll, die doch auch so gleiten ab. Fertig ist. Ja. herrlich was ich habe das bilder auf kurze lang moderne rennen wir abhauen weil er dafür bestimmt auch so was er keinen bock und das können natürlich sein ob er ein fucking faden zieht ihn schnell genug ja sie um Zuri es ist so scheiß ernst ich fliege euch extra mit mir wie Schusslinie rein und ihr hört einfach auf zu ballern und dreht ab ne du bist doch hier an den Drecks mit äh hier hast du ihn gerade hab die Partposition eingenommen Dankeschön Gibt es auch Bonuspunkte für die meisten Assistskills? ne obwohl doch Assistskills gibt es generell Bonuspunkte ja ja deswegen hatte ich ja vorhin ich hatte zwei Kills weniger wie Robert aber davor ich sechs Assists hatte hatte ich genauso viele wie er äh da fliegt er wieder davon ja schießt einer von euch hoffentlich ja also nennen wir es mir schießen wie gesagt diese impuls ja ja auch ja ich versuche es gerade so zu zeigen dass sie wieder abstecke ja na ja das brutal ist ja zu teilen ja nein man zählt ja trotzdem zu den siegen dazu soweit wir den deathmatch spielen sollen ist ja jeder gegen jeden ja gut aber wenn das match damit es halt am schnellsten geht wahrscheinlich immer am besten alle in eine reihe stellen und dann von einem abballern lassen weil wenn da jeder gegen jeden macht ja endlich so bin habe ich mir da vor mir da habe ich den blind auch feuerfrei ja ich weiß aber ich habe es bremsen nicht hingekriegt scheiße jetzt habe ich extra mein boost aktiviert ich wollte noch snack ich auch nix da ja gut das ist gelang aber trotzdem weiß ja gleich wie im normalen hier kopfgeld modus ja mehr oder weniger auch wobei der der rot wird also links da im menü na zählst dafür vor allem mit von dem ja man muss ja so gesehen nur einmal anschießen also treffen und scheiße auch das das war mein technical Was ist denn das jetzt? Alter, können wir aufhören mich rumzuschubsen hier. Das ist mir voll auch passiert. Und dann bin ich unten gelandet und dann war es selbstmord. Ne, ich wurde rückwärts von den Asteroiden gebremst. Ja gut, ist zwar ein bisschen nervig, aber ich meine, wenn wir es hinter uns haben. Ja. Jörg, ich bin hier und ich bin der gerade, der auf die schießt. Ja, ich baller schon die ganze Zeit auf dich, aber du hältst er nicht an. Ne, du hast zu viele Abwärts. Komm, hier, hier. Da, wo der Fuß herkommt. Ja, ja. Alter. Tickel. Bäh. Oh, fuck. Es versteckte sich die Sau in dem Asteroiden. Ja. 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 Sorry, kannst du mal stillhalten? Moment, Entschuldigung. Ups. So gut. Danke. Ah, da ist ja der Robert. Ey, sorry, nachher bleib ich so perfekt vor dir stehen, dass du mich eigentlich gut killen kannst. Ja, ich hab vorhin einmal einen Kill gemacht, weil, äh... Ich glückstehend hier. Ja, ich weiß auch nicht, wie du auch noch hin bist, weil du bist irgendwie in den Asteroiden und dann weg. Ich hab mal zu Waffen, Bruce Gold geholt gehabt. Ich wollte halt auch mal einen Kill haben. Komm her zu mir. Ach, nee, du bist ja meiner Mutter. Mein Team. Ne, ich hab ja vorhin schon einen Kill gemacht, die Runde, also. Da, Philox. Mein erster Kill hier im Multiplayer. In der Runde, wo ich nicht dran bin. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ja. Ah. Ah, ist das anstrengend. Oh, siehst du das direkt? Ja, ist gar nicht mehr da. Ich bin der beste PvP-Spieler in der League, den ihr je gesehen habt. Ja, wir haben in Rang 2. Ich glaube, du wirst zum Glück. Ja, unser Random Guy ist weg. Wer hat's gedacht? Oh, cool, Suchleiser. Geil. Geil. Bevor das Startup muss gucken. Yeah, Level 3. Ich mach schnell was R, ich glaube, 2. Rang 4. Rang 7. Alter, Cheetah. Jörg und Sogi. Also Jörg, ich, Sori, Dono, im Team gegen Robert, Carmen und seit er ist Blinter. Ja, dann die anderen wollte ich meinen, oder? Bleibt ihr jetzt dann stehen, oder? Ja, das trifft sich als cool, weil wir stehen auch immer, was zu trinken. Das ist eine geile Idee. Ich fliege jetzt mal irgendwo hin. Gehe so über diese Basis, ne? Über so eine Dingens. Und dann kann ich nämlich mal kurz mitziehen. Ja, das sehen wir jetzt auch. So, ich steh mal rum. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, ne? Wenn ich von der Pause wiederkomme, will ich euren Sieg sehen, ne? Also gebt Gas hier. Oh, warte mal, ich mach mal das Schilde noch runter. So, jetzt. Ja, dann bis gleich. Ich bleib stehen. Warum machst du mir den Abschluss so schwer? Hallo, noch leichter geht's nicht. Ich stehe. Ich hab mir grad einen Waffen-Upgrade geholt, also einen Waffen-Boost. Meine Schilder haben sich wieder komplett aufgeladen, in der Zwischenzeit. Stich. Wir wollen jetzt nicht mehr. Ähm. Werzeit. Ich schüch. Ich hab hier das Leben noch hingekommen. Wo sind denn Jörg und 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 und? Holger, ich sehe die gar nicht hier. Ähm. Ich kann versuchen, euch das mal genauer zu erklären. Wenn ihr die hohe Basis seht, da, äh, außendrauf. Höhe auf, die Zähne! Das geht ja, dann ab. Wenn ihr die... einer hohen Basis, hast du gesagt? Äh. Ja, die sind, äh, dieser komische Turm, der da zwischen paar Atheroiden drin steht. Ähm. Das war Jörg. Peter, wo hast du jetzt Jörg gefunden? Also wenn du bei mir stehst, dann stehst du gleich neben. Noch eins. Bisschen. Ja, ich hab ein bisschen Holger. Okay, der ist bestimmt über mir, oder? Da fliegt jemand. Ja, danke, sorry. Doch, kein Thema. Immer rauf damit. Für die Stimme. Ich schau mal, was schiebt. Ja, blau. Ja, das ist ja so. Ja, ich hab' da mal drüber. Ja, das ist ja so. Ja, ich hab' da dran. Also abrang 2, drang drei könnte auch Schiff wechseln, ne? Also wenn du dann kamen lieber mit der Zeitwinder fliegen willst, kannst du dich auch und stopper abrand 3 oder so. so und wenn ihr uns und so wie bin wenn ihr respawn wo taucht ihr dann auf das auch mal kurz beschreiben respawn war glaube ich auch meistens in der nähe da ich kann mal ein bisschen rumsuchen bist du das ja ich schieße auf dich sorry wie das kippo bb ok 10 0 was sind das jetzt ich mache immer die schilder komplett runter das systeme komplett runter oh nein ja fast kommen direkt in die notbremse rein ja warte mal hier fliegt mal zu dir rüber kommen als morger ok also den zeitwinder sollte man nicht nehmen wenn man im todesteam drin ist warum der vielmehr panzer um zeitwein dort muss die energie ja du musst die energie komplett weg den von den schildern auf waffen und antriebein schieße 1 ah ja oder splinter ja hier drüben hier drüben und notbremse hier drüben die aussage ist immer gut im weltall hier drüben woher fliegen wir da hinten hinter dem mond schreck links ey geile serie ich hab die früher gern geguckt ah die carmen ja carmen die fliegt mal direkt auf die zu ne ich flieg die ganze zeit auf carmen zu aber entweder knallt mich robert oder splinter ab so ich hab extra aufgehört zu schießen ich weiß auch nicht wieso ich heute so schlecht bin weil meine kd ist echt mies hier hallo hallo was ist denn das ah robot hallo so ein bisschen unter die europäische kultur ohne schweiß ja sie haben wieder alle gehört hast du dann geworfen ja wenn mein kultur im düppel ist robot hinter dir ja hey hey ok schießt auch schon immer auf mich endlich werde ich mal von profis Ah, uh, kommen. Nice. Ah. Tackle! Notbremse. Jetzt darfst du wieder. Ja. Oh, oh. Das war eigentlich immer eine Scheißattacke. Dadurch habe ich, ich war manchmal so verpeilt. Ich habe jedes Mal mein Winkaschen gekriegt. Ja, Splinter, was war denn das gerade? Du fliegst so einen 40-Tonner oder was? Ich stehe immer auf der Drehung. Die Drehung jetzt mal gerade, wo die sehen müssen. Langsam. So ein Wenderadius von 2 Kilometer. Ja, na, ist doch noch drei Kilometer, dann ist es rum hier. Da siehst du, wenn wir es genau so machen, dann geht es natürlich wesentlich schneller, ne? Hier, Splinter ist hier links neben dir. Ja. Oh. Carmen, ich bin der Einzige, der tickeln darf. Ich bin der Pokémon-Fan. Ich habe das deutsche, ich habe das englische Intro und ich habe das Metal-Intro auf meinem Handy von Pokémon, ja? Endlich mal, jawon. Du bist, Carmen, du bist aber gerade extrem leise, nur mal so, ne? Also, ich verstehe nicht kaum. Oh, lol, nein, 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 ihr auch? Ihr auch? Wow, haben wir alle? Ja. Ja. Nein. Ja, na dann? Alle sechsten Blue Screen, ich fasse gut. Geil. Also, dann wissen wir schon mal, dass es nicht an den Konsolen liegt. Also, was heißt an den Konsolen liegt, also, das hat irgendein Fehler. So haben wir gleich gebannt bei Frontier, was auf, wegen Pustigen. So haben wir uns das aber nicht gedacht. Robert, dein Hauptaccount wurde gebannt. Wetten, das war wieder Splinter-Differenz? Saut ihr, der hat gleich eine Meldung rausgeschickt. Ja, ja. Wirklich, so war der Platin im Game. Ja, bin ich leider ja nicht durch, wir alle, ne? Das hat jetzt auch noch nie in dem Spiel, ja. Das alle zeigt, dass ihr gleich aus der Lobby rausfliegen mit Blue Screen. So geil. Baby, komm mal her. Baby, wer weiß, wenn sie Punkte von dem Sieglob gezählt haben, das wäre ja schon mal netz gewesen. Das war geil, Pen-Aus. Das sehen wir doch gleich am Level. Jo. Ah, wir haben das in die Knie gezwungen. Zu sechs. Ja. Sechs Leute spielen Elite Dangerous. Oh Gott. Wie sechs Leute, wer ist hier im Online-Modus? Das geht nicht Bub-Server-Down. Ja, die sind es nicht gewohnt, dass jemand PvP spielt. Ja, die sind defekt, diese gespeicherten Daten werden gelöscht und neu gespeicherte Daten werden erstellt. Bei mir nicht. Bei mir ja. Bei mir auch nicht. Beide der Daten sind defekt. Okay. So, ich bin jetzt aber hier. Also bei mir kam nix. Nö. Bei mir schon? Das war in der Arena drin und ich bin Rang 3. Bei mir hat die Niederlage gezählt. Weil ich war vorher zwei. Also ich bin Rang 7. Immer noch. Keine Ahnung. Ah, nee. Rang 2. Nee, Glückwunsch. Rang 6. Okay, es hat gefehlt. So, warte mal, ist das ein anderes Typ als die Sidefinder? Ich muss auf Toilette. Ah, schon die Sidefinder, eine echt extrem höhere Panzerung. Loy. Boah, ich bin auch wieder drin, die Yasuhe Team Deathmatch. Ich war vorher schon drei, echt? Okay. Na gut, die gespeicherten Daten, ich denke mal, was den Charakter angeht, im Hauptspiel wird ja auch ein Server gespeichert von vorn schildet. Das wird in der Hinterkontrolle gespeichert. Genau. Also darum brauchen wir insofern keine Sorgen machen. Und ich denke, man hat was vielleicht mit der Konfiguration, die man sich jetzt hier belegt, aber... 5 von 8, wer fehlt hier? Ach, Robert, der Puscher. Suche nach Spiele, läuft bereits. Aber irgendeiner fehlt doch, oder? War mal nicht vor, als ich mich steckte. Ja, aber jetzt fehlt. Der sucht noch das Spiel. Ah, 14. Bin schon auf Suche. Na komm, 8 Sekunden, 7, 6, 5... Da, 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 da. So, wer jetzt auf wen? Also, Jörg, Carmen und ich sind im Team. Super, toll. Also, ich weiß jetzt, na jetzt, jetzt bewegen wir uns ja nicht. Ja, gute Nacht, Predator. Na, haust du rein? Schönen Abend dir noch, bis morgen oder so. Schlaf gut. Nacht, Predator. Jetzt bleibt einfach mal stehen. Ja. Ja, bleibt stehen. Also, dann Jörg, äh, Carmen und ich feuern oder was? Ja. So, genau. Scheiße, er hat jetzt meine komplette Steuerung, die durcheinandergebracht. Ja, dann brauchst du ja jeder, kannst du stehen bleiben, dann kannst du ja, na. Ja, also, Robert, du, ich glaub, Splinter und Suri Dono bleiben stehen. Hat grad Suri Dono und Schieb. Ja, du hast doch klackt, ich bleib dir zu stehen. Das war ich voll da. Ach, Mann, warum klingt die alle gleich? Weil dein Headset scheiße ist. Das kannst du aber knicken, ich hab ein ziemlich gutes. Ja, scheinbar dann schon mal die alte Füße mit dem Weg nachwunsch. Ja, was hätten hier? Ach da. Füße waschen, bist du damit, dass das Quartal ist noch ein bisschen drum. Ich hab genug Quartal, ein Körperteil. Ja, das geht anders, nach Wacken einmal an die Wand, tipps. Ich sag mal, die einzige Steuerung, ich bin dabei einstehen. Ja, ich muss alle frei einstehen. Ich muss erst mal einen finden. Nee. Ich fliege mal ein bisschen weiter hoch. Ja, das, was? Ja, wo hast du den gefunden? Ja, so war ich mal rumgeflogen hier bei mir. Alter, ernsthaft, bei mir ist auch die Steuerung, kommt nett. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ich rieche gar nicht mehr aus. Aber ballern kann ich noch. Das ist, ja, ja, das war nicht. Ey, das ist doch... Ja, ja, genau da. Ja, ich hab gerade gedacht, du bist eher hinter der Basis, aber gut, so ist auch noch besser. Ja, ich bin direkt bei der Spawn. Er killt mir dann auch noch. Oh, Mann. Ja, ja, wirklich. Ich bin das beste Pokémon der Welt. Warte mal, bitte kurz, mich abzuschießen. Und wenn ihr mich abhiebt, muss ich meine Steuerung wieder neu machen, weil sie es ja nicht übernimmt. Oh, okay. Ja, dann habe ich hier das Pintet, das steht gerade so schön. Das war ja ein Glück, aber ich habe nicht greift, Tag. Ja, nein, ich muss auch da einfach bei mir die Steuerung nochmal neu zu machen. Dann bin ich da auch gleich noch oben drüber. Ist das Elbsen, ey. Ah, wir sind damit da. Also das heißt, bei jedem, der, wo er jetzt, sagst du, diese schöne Datenfiller hatte, der darf nochmal neu steuern, oder was? Ja. Ey, Jörg, das wird killstil. Nein, gar nicht. Na, Robert, darf man ja gerade nicht killen, dann nimmt man den nächsten. Ja. Ich glaube, wir haben Glück gehabt hier. Na, scheiße. Ja. Habt ihr euch bei Frontier eingekauft, oder? Klar. Der eine schießt an mir vorbei. Wow. Wer hat mich jetzt da so gerannt? Das war ich. Du wolltest auch mal probieren. Hinter. Tackle, Tackle. Oh, fuck. Ey, Jörg, ich sagte, Tackle ist das Beste, was er in dem Spiel macht. Ja, ich hab's ja schon probiert, aber ich will nicht verkackt. Das schau ich nicht. Ich mach das auch nur, weil ich so blöd bin, zu bremsen. Ja, das ist ja mein Leben. Bleib stehen. Auch nicht wegfliegen. Boom. Ja, ich wusste nicht, ob du mich schon gesehen hast. Ich hab auf dich geschaffen, also hab ich auf dich. Ja, da bin ich aber schon lang geflogen, bist du auf die Idee kamst, irgendwie mal die Tasten zu betätigen. Oh, oh. Fäller-State ist durchgeprüft. Was ist denn jetzt los, ey? Habt ihr heute Blue Screen? Nein. Okay, mich ausgeraustieren, Blue Screen. Ja, mich auch. Wow. Ja. Bevor ihr in die Arena geht, dann ändert das Wort erstmal lieber eure Änderung. Äh, eure Änderung? Hm, Steuerung. Sorry, bleib mal stehen. Ja, bei mir hat's ja gepasst. Sprachchat mit Kommandant, was? Sicherheitsum beendet? Was? Hä? Was? Sprachet ingehen. Äh, wer ballert denn da jetzt auf mich? Ich bin's, der Brecki. Hä? Jetzt ballert auch hier jemand auf mich. Ja, der war, ich wollte mal kurz die Steuerung testen. Ach so. Ja, dann sag ich das doch. Wenn man mit dir stehen, ist bei mir alles invertiert hier, die muss ich nur ändern, ey. Du hast mir den Gefallen, Holger und Blästern. Ja, 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 die Notbremse dauert bei dem Ding ein bisschen länger. Aber ich darf dich angucken. Ja, ich guck dich an. Das ist ja jetzt voll scheiße, wenn du sie ja jedes Mal raushaut, jetzt wäre er ja voll ätzend. Ja, ja, also ich warte, ich hab jetzt mal Holger abgeballert und jetzt geht mal aus diesem Netz kurz raus. Damit ich die Steuerung. Wir müssen ja eh nochmal raus. Bin euch suchen. Ich bin gerade wieder drin bei Suchen nach Spiel. Also, bei mir kommt nix von mir so. Jetzt hab ich auch einen. Ja, ich hab's auch einen. Losdrehen. Lol. Echt jetzt? Sind die Server vielleicht wirklich nicht für sechs Leute ausgelegt? Hahaha, ja. Nee, ist so ein Bullshit. Ich mein, so langsam ist eine berechtigte Frage. Bei mir lehrt es jetzt gerade ein Match. Aber ein Futter hat's ja wirklich, ne? Weil jedes Mal, wenn's mich aus dem Spiel raushaut, ich hab ja das Final Fantasy VII Design, bekomm ich immer diesen geilen Retro-Sound, das ist voll nice. Ich hab auch noch das Final Fantasy IX Design, aber das ist mir zu früh. Also, ich bin jetzt alleine in der Lobby drin, ne? In dem Spiel mit 11. Ja, jetzt macht er dicht. Der macht dicht jetzt. Niederlage, ihr wisst mich verarscht, ich war im Gewinnerteam. Alter. Tja, jeder wird's verdient. In dem Ergebnisfenster, Jürg, taucht denn da mein Name auf? Nein. Ich war komplett alleine. Okay. Und somit wird aus, äh, zehn Siegen für jeden eine, 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 eine Wochenaufgabe. Oh, ja. Ja, aber mir steht Siege eins. Ja, wow. Oh, Verhältnis 0,3. Oh, scheiße, ich bin sogar dran. Verhältnisabschluss tot 0,17. Also, wer braucht denn jetzt nochmal Hilfe bei der Steuerung, oder habt ihr die alle noch zum Kopf? Diejenigen, die, äh, betroffen sind. So halbwegs. Ich brauche da definitiv Hilfe, weil ich hab das mir nicht alles gemerkt. So, ich würd's gleich mitmachen? Wird sie gleich so einstellen? Äh, ja, dann muss ich, glaub ich, nochmal aus dem Multiplayer raus, gell? Ja, das haben wir dann ja auch in den Ausbau sein lassen. Dann müsste es gleich, also ich würde gerne weitermachen, wenn ich hier mit der Steuerung losgehe. Naja, aber die Ante brauchen ja auch noch ihre Steuerung, das dauert ja jetzt auch noch ein bisschen, und wir haben es ja auch schon 23 Uhr. Also, bis ihr jetzt fertig seid, ich mein, so wie du, nur hat's ja noch gar nicht gemacht, also gib den auch nochmal ein bisschen. Na, mir ist das gleich, wenn du nicht mehr wirst, dann haben wir auch mal da, Rina. Naja, wir machen das halt beim nächsten Mal weiter, weil ich sehe, haben die ja gerade jetzt nicht auch selber Probleme hier oder irgendwie so ein Scheiß, na? Ja. Ja, na gut, dann diejenigen, die jetzt da Hilfe brauchen bei der Steuerung, gehen doch mal bitte auf, äh, ja, in die Option rein, Steuerung. Gut, also, ganz normal jetzt hier, so, hopp, Solo-Spiel. Naja, private Gruppe. Du, sag, sag Bescheid, wenn ihr dann da seid. Option, ja, und dann Steuerung. Genau. So, Flugrotation, äh, um an... Blöde Frage, soll dann Holger auch nicht zum Beispiel noch rausgehen oder so, weil dann habt ihr da, sind nur die Leute da drin. Wäre vielleicht am Anfang besser. Du, da kommen wir auch wieder zurück, ne, wenn wir dann durch sind. Ja, 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 kannst du einfach schreiben, mal einer von euch da, ja, so gesehen, wir sind durch oder irgendwie so ein Scheiß, na? Und dann kommen wir wieder zurück. Gut, okay, alles klar. So, ja, dann bis gleich. So, immer, was ihr fixt, meine eigene, Alter, was eigentliche Fick ihr hier heute? Das ist ja... So, ich glaube, Holger war ja jetzt der Einzige, der das nicht brauchte, ne? Oh ja, oder? So. Ah ja, toll. Jetzt ist die Nachricht weg, oder? Hä? Ja. Tag! Tag! Ganz klar, so wie Dono schuld. Ich bin jetzt zweimal rausgeflogen, ich habe keine Probleme, ne, beim Laden gehabt, wieder. Na gut, ich auch nicht. Ich habe auch nicht die Anzeige gehabt, von wegen irgendwie, was die da hat. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich alles in Quests hatte. Ja, ich muss erstellen, weil die alle auch passen, ne? Ja, weil die alle auf der Abung, Mann. Ich bin im Noob-Gebiet, ich habe sieben Tage vorgeworfen. Ah ja, okay, ja. Kurierauftrag, Ordner. Ich mache das halt mit Absicht, ich habe jetzt meine, meine Äther erst mal so ausgerüstet, damit ich auch ein bisschen Planeten abfarben kann. Und ja. Jetzt mache ich halt noch ein bisschen Kohle, weil die Cobra hole ich mir auch. Allerdings, ich verlasse das Gebiet erst mit circa 4 Millionen, damit ich die gleich komplett ausrüsten kann und die Versicherung sicher. Ja. Ach, ach, jetzt bin ich ja wieder, hä? Jetzt. So, jetzt habe ich eben einen Haufen Chris. Passt. Aber morgen auf einmal weh, freue ich mich auch schon. Ja. Das Ding ist, ähm, ich habe heute sogar, ähm, mich hat ein Kumpel gefragt, ob ich ihn denn mal fix bei ein paar Quests helfen kann. Ich habe extra allein gesagt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich das, was er wollte, hätte ich doch gerade so 3-4 Level mitgemacht. Ja. Ja, das ist ja nicht schlecht, ja. Da müssen wir ja... Ah, siehst du mal, ich... Das, äh, weil das Ding ist, mein, mein kleiner Charakter, der ist, ähm, zu low, um bei den Quests mitzumachen, und mein großer Charakter, ja, der ist ja nur für, für unser Together. Und das Geile ist, das habe ich Ihnen auch gesagt, und er wollte meinen Kleinen nicht helfen, jetzt hat er, jetzt hat er halt die Arschkarte gezogen. Oh nein, jetzt muss ich echt einmal komplett um die Scheißstation rumfliegen. Ich habe letztens den Autopiloten angemacht und bin genau gegen diese Scheißstation, ist, ist da beim Autopilot entgegengeflogen. Hatte ich, äh, ich glaube, 30%, ähm, Schaden. Oh Gott, echt, der PvP-Modus ist so schlecht, also, ne, dafür, dass es eigentlich ein Weltraum-Shooter sein, den könnte im PvP-Modus nicht. Wow, das wäre schon abgeschossen, ja. Fuck. Genau aus diesem Grund mache ich mir Kohle, damit ich erst das Schiff komplett aufrüsten kann. Ja, gut, das habe ich auch, ne, nur wenn halt einer kommt, der, der 5 PvP-Ränge über mir ist, ne. Ja, aber NPC, ne. Ja, ja, nur das magst du trotzdem. Weil wenn du den, äh, selber Rang haben, du, äh, oder, äh, selber Rang hast wie der, ne, dann ist bei weitem nicht so tragisch. Das, was du dann so xinall abkriegst. Ja, deswegen, ähm, werde ich mir die Kohle machen. Mach mir dann, ähm, für sichere Unterwegssein, mache ich mir dann ein gutes Schiff. Ja, da müsste es ja eigentlich gehen. Oder geht das wirklich nur um den Rang? Äh, das ist sowohl Schiff als auch Rang. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ich habe doch gerade die Quest ausgewählt. Der hat immer noch die Station drin. So, warte mal, was ist denn so anders? Ah, hat er nicht. Äh, das ist doch egal. Start! What? What? Oh, oh. Ich war zu lange im Menü. Menü. Ich bin gerade volle Kalle gegen die Station geknallt, während ich im Menü war. Uh. Ja gut, 89%. Pff. Das kann die Erde ab. Die ist geil. Habt ihr ja das Bild geschickt, also wie gesagt, ich finde, das ist ein coole Schiff von Anfang. Ja, stimmt. Wenn man jetzt kein Guide hat und man kauft sich und kauft sich so ein paar Extras, ist die wirklich angenehm. Okay, im Kampf ist die halt ein bisschen träge. Ja, das war ja gerade bevorzugt, weil Richtung tausend Schiffe zerstören ist auch eine Weile. Ja, ich wollte es halt wie gesagt, zwischendurch immer mal spielen und da habe ich jetzt nicht so die Eile wie du. Ja. Irgendwann war es aber Bock. Naja, das rumgeballert macht fehl's. Das auf jeden Fall, aber da warte ich aber noch auf die bessere Versorgung, weil diese, also was ich jetzt in PvP-Dings hatte, diese Salven-Geschütze, die gefallen mir gar nicht. Nö, sind auch scheiße. Also Dermis kommt bei mir gar nicht. Nö, Pulslaser und Multicanon ist eigentlich die beste Kombination, weil das so weiter ist auch thermisch und so weiter. Was? Du wolltest doch nur den 9-11 machen. Nein, 11. Ach so, wegen dem Tackle wahrscheinlich, ne? Was wollte ich? Ach so. Nee, weil Fish grad meint, ich wollte doch nur den 9-11 nachmachen. Ich schätze mal, er sagt das wegen meinem Tackle. Ey, aber dass Ashley zur Zeit überhaupt nicht schlafen will, wie es soll, ne? Boah. Ja, können wir denken, ja. So, was war denn das? Sonne wieder nachtanken. Ich sah eine Trophy, tausend Stück, ne? Äh, tausend Liter Dingsrums. Das mache ich aber dann mit einem Schiff, wo man mehr tanken kann. Also das mache ich dann mit einem Schiff und einem besseren Tanker. Ja, und die Treibstoff-Sammel sind immer die gleichen? Gibt's doch keine Unterschiede. Äh, doch, da muss ja auch soxin selbst, wenn du bei dem Arsielos Primus wärst. Musst du ja in der Arsch der Heide fliegen, dass du da bessere Dinger kriegst. Und das lohnt sich eigentlich gar nicht. Weil selbst diese tausend Tonnen, die du ja für die Trophy zumindest nur brauchst, ne? Die hast du ungefähr, was ich, pfff, bei der Cobra Mark III sind's, ähm, 82-Mal voll tanken. Mit dem Standard-Tank, ne? Also das geht jetzt aus dem Widerzeit und eh automatisch, normalerweise. Das, ähm, bei der Edda hätte ich das eigentlich auch gekonnt, aber dadurch ich ja mit der noch auf Planeten, ähm, landen will und vor allem Leute retten fürs Geld und Co., ähm, das ist nicht mehr so verkehrt. Ja, wow. Was ist das denn? Der sieht ja geil aus. Weil du musst dir vorstellen, wenn du, äh, äh, wenn du ein Rettest, nimmt das einen Platz weg. Und wenn da aber mal so sechs Stück auf einer, auf einer Ebene liegen, ist das kacke. Und so kann ich alle sechs einlagern, kann weiterfahren mit dem Buggy und kann dann immer noch mal, äh, nochmal sechs, äh, einlagern und dann nochmal vier. Ja. Und das gibt ja Kohle ohne Ende. Die geben dir ja richtig Geld, wenn du die Rettest. Ja, stimmt, ja. Aber ich, äh, ich spiel das halt auch nicht so exzessiv, weil, ähm, momentan ist, äh, bei mir die Final Fantasy-Reihe dran, dass ich die auf Platinbombe. Oh, fuck. Hinter dem Planeten war gestrichelt, also müsste ich eigentlich noch genau richtig sein. Weil ich fliege genau auf dem Planeten Solarantrieb. Oh, installiert ist es hier. Geil. Irgendwas stimmt hier nicht. Station hinter Planeten eigentlich gestrichelt. Gut, ich mach zwischendurch halt immer noch Fehler, aber ich hab's ungefähr genauso viele Stunden gespielt wie du. Jo. Ah. Ja, ist, äh, ja. Geil, äh, geiles Geld für Platin. Ja, sind es vier, weil es eigentlich theoretisch überhaupt nicht schwer ist. Und Spaß macht nebenbei. Das einzige Lack-Trophy, mehr oder weniger, als dass du halt hier eine gucken musst, dass du eine Frau hast, die fruchtbar ist, weil du brauchst ja eine, für eine Trophy brauchst eine Drillingsgeburt auf einen Schlag. Ah, da gibt's auch einfach einen Trick. Wenn du hier eine Ast, die du flachlegen kannst, die fruchtbar ist am besten, äh, und die bei dir wollen vorher den Savegame in die Cloud schmeißen, na? Dann halt schwängern, weil genau hier beim Vögeln so gesehen wird's festgelegt, ob's Drilling, ob's Willinge, wie auch immer. halt hier erhoffen, dass du's kriegst, wenn nicht hier resetten. Wie in Real Life. Ja. Davor immer speichern. Uff, oh, sorry. Ich war grad Präner auf Kauen, hab einfach mal schön meinen Röps ans Mikro gehalten. Äh, ja gut, das heißt bald, also es dort schon ein bisschen, ne? Äh. Was? Äh? Oh. Meiner hat grad automatisch die, die, den, den Solar Cruise deaktiviert. Ist doch doof. Und das 5 mm vorm Ziel, also das heißt, ich darf jetzt sofort wieder bremsen. Irgendwo stimmt hier nicht. Ne, doch, du spielst auch, okay. Also ich hab Platin. will auch noch gern ein bisschen tanken, ja. Ist ein bisschen wat. Ja, komm, da geht auch schon noch mehr. so. Gott. Ähm. Warum? Jetzt hab ich die, diese Eldridge-Station, hab ich jetzt den Kilometer vor mir. Ja, dann bist du ja gleich da. Jetzt werd ich an... Machst du ne Planetenlandung, kann das sein? Ne, hab ich nicht. Aber ich werd grad angegriffen. What the fuck? Jo, das ist ja auch ne Alternative, ja. Wird auch ausgefahren. Echt, jetzt dauert es so lang? Oh Gott, ich bin doch hoffentlich im privaten Spiel, oder? Eigentlich ja. Weil du weißt schon, dass ich die Piraten und so auch mich in Ruhe fangen. Ja. Okay, aber ich bin halt immer noch im Noob-Gebiet. Das ist jetzt das erste Mal, dass mir das passiert. Direkt vor der Station. Okay. Ich hab mich grad gewundert, warum ich dreimal aus den Dings geholt worden bin. Und ich bin nur noch bei 68 Prozent, also so wenig Schaden macht er nicht. Oh. Ja, oh, das ist ja fast wieder voll, das machst du ja. So, ist jetzt mein Ziel. Da. Und ich hab natürlich vergessen, auch Waffen umzuschalten. Oh. Für ja, ein DSI muss ich kaufen. Nein, das ist von 100. Was, Nummer 100 soll ich streit werden? Ah, gute Wahl. Ja? Das ist ja nice. Ja, ich hab da zugeschaut, weil ich sag, ich hab jetzt für 16 Euro oder sowas hier im PSM-Store. Na da, ja, komm. Passt ja. Nimmst du mal mit. Das ist viel genial, weil damals vom PC von vor, was ich, drei, vier Jahren oder so. Fünf, vier, sechs, jahren. Ja, ja, du, wenn es war. Alter, der eine HP. Ich hab jetzt erst seine Schilder weg. Der hat mir schon auf 50% 100 geballert. Okay. Der Ball hat auch richtig auf einer Supercruise. Ich bin nur noch bei 30. Der Ball hat mich gerade runter und da ohne Ende. Vor allem, ich hab für die sechs Missionen so viel, ähm, ich hab ja für drei Missionen hab ich hier Sachen an Bord. Okay. Ey, das ist grad echt knapp. Und direkt vor der Station, weißt du, das ist ja der Hammer. Der Wichser ist schon wieder da. Ich hab nur noch 15%. Ich bin mir nicht lustig, ob das ein NPC ist. Du bist aber schon bei weiter ein bisschen auf private Gruppe gegangen, oder? Ich dachte schon. Ja, du siehst ja, du kannst, achso, du hast Holgers Steuerung nicht drin, ey, klar. Oh mein Gott. Robert Steuerung nicht drin, ne? Ja, doch. Ja, dann drück du einfach mal X und runter auf die Pad. Wann hast du die größte Bedrohung drin? Das siehst du gleich auf der linken Seite, was da dran steht. Moment, wie mach ich das jetzt? X gedrückt halten und runter auf die Pad. Nein. Doch. Habe ich jetzt meine Äther verkauft? Dann musst du da unten aufkaufen. Wenn er, wenn er, wenn es nicht zerschlossen hat. Was ist denn das für eine Scheiße? Also, ich meine, der hat mich jetzt bei jedem, ich wurde dreimal interrupted. Ja, kann gut sein, ja. Aber das bei, beim Noob-Gebiet, im Anfang? Ja, hatte ich auch. Jetzt muss ich wegen dem Scheiß nochmal komplett raus. Einfach nur ein bisschen zu gehen, dass ich im richtigen Ding bin. Was? Wo bin ich jetzt so nahe? Na, scheiße. Kackplanet unter mir. Boah. Ich war aber auch in einem neuen Gebiet unterwegs. Ja, und wenn du einmal rausfliegst, außerhalb von dem Gebiet, hier mit dem komischen Adlersymbol oben drüber, bist du nicht mehr im Loop-Gebiet. Und wenn du natürlich Pech hast, du da die größte Bedrohung ausfällt und da sowas dran steht, wie kompetent, Meister Elite oder sonst irgendein Scheiß. Dein Abflug. Schaffst du nicht, bei weitem nicht. Weil er so vor, er so vor mal probiert worden, er hat ja hier, ähm, na, kompetent, alles Rang, keine Chance. So ist es sowas von schnell weg. Oha, die Station kenne ich noch gar nicht. Aber ich bin halt noch nicht raus aus dem Loop-Gebiet. Ich habe die Mission noch nicht mal angenommen. Brauchst du auch nicht. Die Mission habe ich ja gar nicht gehalten. Da habe ich drauf geschissen und bin so rausgeflogen. Du musst da nur irgendeine Galaxie anwählen, die dieses komische Elite-Symbol nicht oben drüber hat, in der Galaxiekarte. Dann bist du draußen, so weit du dahin fliegst. Und dann bleibst du auch draus, dann kommst du nicht mehr zurück. Da ist ein riesen Asteroid. Jetzt hätte ich beinahe die Carmen gemacht. Lala, okay. Habe ich da hier irgendwo gehört? Ne, passt. Oh, ey. Alles gut? Das ist ausreichbar nötig. Ey. Ich will gerade den blauen Punkt wieder in die Mitte vom Radar kriegen und habe das halt gerade versucht und ich bin genau um Asteroiden rumgeflogen. Und nachdem ich ganz nach oben gezogen war, siehst du auf einmal den Asteroiden. Das war Millimeterarbeit gerade. So, jetzt wollen wir auch mal meine Multi-Cannon. Ne, die sind noch da. Nur die müssen die Steuerung neu einrichten, weil bei denen hat sie ja aufgrund von Blue Screen im PvP die Steuerung zerschossen. Und da wurde ja bei dem Spiel alles auf dem Frontier-Server gespeichert. Du hast ja keine Speicherdaten lokal auf der Platte. Das ist alle nur am Frontier-Server. Okay, passt schon alles gescannt. Ja. Ey, versuch mal einen Asteroiden-Gürtel zu wenden und nur solche Scheißsteine sind. Aber die Nachtsrichtil. Ah, shit. Ah, ich glaube, das war das Shatner-Terminal, was ich geschrieben hatte. Müsste. Ah, Söldner. Aber ich hoffe, ich kriege das noch hin, Final Fantasy 7, bevor Final Fantasy 8 rauskommt, auf Plattchen zu kriegen oder zumindest einmal durchzuspielen. Bestimmt. Ja, ich habe keine Angst um die drei letzten verpassbaren Trophäen. Ich habe die, die erste verpassbare habe ich ja instant gemeistert und dann gab es, gibt es einmal diese Trophäe, wo ich so das Bild gemeistert habe, äh, gemäßt. Lies mal den Chat. Die heißt ja, was? Blu-Screen. Zu viele Asteroiden getroffen, Pop, Blu-Screen. Achso. Ja gut, das Carmen den da kriegt, das ist klar, aber warum wir? Ja, vor allem bei uns hat sich die Schwierungen auch nicht zu schossen, ne? Nö, Null. Ja. Aber wie gesagt, ich habe die, ähm, Travestie habe ich, ähm, die verpassbare Trophäe habe ich erst instant bekommen. Gott sei Dank, ich habe die noch im Kopf gehabt und die andere Trophäe, das ist die schlimmste von allen, das ist die, wo du 31 Punkte richtig machen musst, ist ja die Männerfreundschaft und diese Trophäe ist an sich einfach. Jo. Wenn man die ganze Zeit die Liste vor sich hat, was man machen muss. Habe ich aber nicht. Hä? Und wenn ich die, wenn ich die verkeige, darf ich, wie gesagt, so 10 Stunden mindestens nachholen. Wenn ich Probleme bei Bossen bekomme, kannst du nochmal so 5 bis 10 draufrechnen. Okay. Hm, ja gut, aber. Aber, aber der Rest ist easy. Also, wenn du die 5 verpassbaren Trophäen alle, alle hast, ist das Spiel eine Easy Platin. Jo. Das heißt, bei den meisten geben sie so, die verpassbaren Dinge da hast du dann, die meisten ja, weil du die Story oder so einen Scheiß getriggert hast, ist eh kein Act. Ah, lol. Ich wundere mich gerade, warum ich diese Scheiß-Station nicht bekomme. Ich bin gerade in dieser Station, wo eben Asteroiden drin ist. Ah. Piep, 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 ja, ja. Ah, komm schon. Wow, ich bin so ein Idiot. Hätte ich das mal gleich gemacht. Hä? Ich bin bei dieser Asteroiden, ähm, lande scheiße. Und ich, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich meinen Tempo auf Null gemacht, habe Landeerlaubnisanforderung gemacht, jetzt landet er. Ja? Wir sollen ja Auto, Start landen. Was noch? Ja, ich wusste jetzt nicht, dass das diese Scheiß-Station ist. Naja, da ist auch eine Bodenstation. Oh man, oh nee. Der Orbital Flight engaged. ja, kommt schon. Ich darf es keiner erzählen, wir haben es 20 vor 12 und mein Kind schläft immer noch nicht. Jonas auch nicht, der ist auch noch wach, habe ich gerade ihn gelesen. deswegen muss ich da gleich mal kurz hin, Und wir versuchen aber schon seit 20 Uhr, die zum Start zu kriegen, ne? Ja gut, das haben wir nicht. Der schläft aber zu kurz eineinhalb Stunden später so wach. Ja, bei ihr manchmal genauso. Ich hoffe einfach, dass es beim Kinderranden dann wenigstens so weit läuft, dass sie schlafen wollen. Erstmal kurz, aber ich habe es halt selber auch gewohnt sind, ne? Ja, also auf jeden Fall besser, das auf jeden Fall. Waren im Lager. Ich habe keine im Lager. Nö. Warte. Wenn du sie zerstört worden bist, dann ist alles game over. Weil ich glaube, wenn du explodierst, haut die Waren weg, wenn du sie im Frachtraum hattest. Ja, und ich hatte drei Quests genau für diese Station. Ja. Mach mal bitte was. Ranking. Und Tag Lara. Ach so. Servus. Also muss ich die Quest jetzt aufgeben, ja? Entweder das auch nochmal zurückfliegen und neue Waren holen. Alternativ, wenn du da Glück hast und da hier beim Markt oder so guckst, kannst du kaufen. Nur dann läuft... Den kaufen will ich nicht. Ja, wo ich gerade sagen, weil dann läuft sie wahrscheinlich eher aufs Minus raus. Also. Das Problem ist, dass diese drei Aufträge hätten mir über 100.000 gegeben. Ja, da ist ja nichts, weil ich bin mittlerweile bei Aufträgen, wo ich dieses Dreivall kriege. Also. Ja, aber ich lass mir jetzt Zeit. Ja. Ich mach das ja mit, ich bin ja mit Absicht noch im Loopgebiet. Wenn ich jetzt auch schnell schnell auswähre, wäre ich gestern schon raus. Also hier, dass du das so bist, wenn du die Galaxie-Karte aufmachst mit dem Elite-Symbol drüber, über die Station, wo du gerade bist. Ja. Weil, wie gesagt, das ist die Asteroiden-Station und das ist auch die, wo Carmen jetzt so einen tollen Start hingelegt hat. Die Galaxie-Karte-Transaktion habe ich jetzt nichts angenommen. Boah. Das macht mich gerade fertig. Hä? Wachen zum Abholen. Ups. Scheiße, hier sind die Basis, wo ich ja hier müsste. Das denke ich mir so oft in dem Spiel. Und ich bin immer noch am Anfang des Gebiet, wo alle gleich klicken. Ja, da hat mich ein im Prinzip Platz gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das passiert. Weil ich habe mich auch nicht großartig gewehrt und wo ich mich gewehrt habe, war es zu spät. Ja. So, ich hole einfach jetzt meine Inara selber schnell nach. So. Outfitting? Was wollte ich jetzt hier nochmal im Multi-Canon? Ich gehe aber nochmal ins Klo. Ja, mach jetzt auch gleich. So. Was wollte ich jetzt hier? 1G Multi-Canon. Okay. So. So. Goemon port. Ah, scheiße. So. Wollen wir denn den? Oh, shit. Nein, 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 nein. Boah. Boah. Ja, boop rein in den Planeten. Boop, 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 boop. war krassometer ist kein bord ja Ja, Carmen, habt ihr die Steuerung dann jetzt wieder oder was? Na komm, wie willst du alles speed drauf hier? Ai, 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 ai. Na, ich schätze mal, das sind so hier systemintegrierte Potsdam oder sowas, Rope, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die groß hier von irgendwelchen hier gekauft worden sind oder sowas, kein Plan. So, was sind wir, was sind wir bei der Anreise nur für dieses Scheiß, äh, Multicannons. Aber naja, dann auf jeden Fall nochmal hier ein paar Bummen mehr. Na, ist schon. Brauch'n wir nicht bremsen. Jaja, die Jaja, wobei der Polizei relativ neu ist, na. Ja, der ist noch nicht so alt, dieser Bot. Ja, sowas glaube ich fast ja, ein Loop. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube aber, dass die vom System aussehen, weil das kann keiner zahlen, wenn du Bots kaufst. Die werden nämlich schweineteuer, wenn du die auf verschiedene Streams hetzen würdest, ne. Da zahlst du dich ja dumm und dämlich. Äh, das kann sich keiner leisten. Oh, sind wir doch selber eingeschrieben. Gut, ist ja natürlich dann hier eine andere Möglichkeit, aber gut. Ja, ne. So, jetzt sind wir aber richtig und schlagen mal nicht auf den Planeten auf. Äh. Gut, meine Alternativen ja, Holger und ich hier auch Deathratch spielen. Wollen natürlich auch gehen. Hm, muss ja gleich mal fragen, weil ich jetzt immer nur kurz dahin hier mal fix landen, weil ich jetzt vielleicht noch mal rumzappeln hier, dann muss ich ja irgendwie auch so kurz abbiegen nochmal. Ähm, ja. Da kann man ja gleich mal fragen, ja. Ja, ja, genau, ja, ja. Das ja, ja. Naja, mei. Ist mir wurst. Ja, was ja schon mal hier, haben wir schon mal ja Twitch gemeldet. Dann hab ich gesagt, ja, ja, vielen Dank, na, für den Report. Das war's. Ja, na, bin ich auf jeden Fall safe. Wenn ich das mir ja unterstelle, ich hätte die Scheiße, die, was ich da, die Bots gekauft, und ja, um meinen Kanal zu pushen, mehr oder weniger, na. Aber das ist ja klar nicht so. Weil ich weiß, dass es ja logischweise gegen die Twitch-Richtlinie verstößt. Und da ist mir ja mein Affiliate-Status einfach zu wichtig hier, für so einen Scheiß. Wenn das das ja eh nix bringt. So. Ob ich alternativer diese 25.000 Kopfgeld-Trophy probieren könnte. Wenn ich jetzt nicht gerade so einem Scheiß-System bin. So, gleich gucken, welche Fraktion das hier ist. Ich kann sie nacheditieren, dass sie rausfliegen, das ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier differenzieren kann. Ich kann mal den mal gucken, ja. So, ja, Währung. Ne, da ist es dann eher nicht, oder? Warte mal, ich gucke mal gerade, wo ist er denn. Nein, krass auch nicht. Ja, genau, ein Loop. Genau das. So decimiert es auch. Äh, es ist gut nach Name. Äh, ja genau, hier gab es die Polizei. Dann haben wir den. Guck, ob das irgendwie geht hier. Hm. Editieren kann ich auf jeden Fall, das ist klar. Ich gucke mal, es gibt kein Deutsch, äh, ja, geht's nicht. Stimmt. Das muss ja mit Leuten ja fast schon erwähnen, ja. Ja, ich kann es nur editieren, so gesehen, wenn ich das runtereditiere auf Null, logischerweise, dann wird es beim nächsten Mal, äh, ja. Fliegt er raus aus der Liste, logischerweise. Na. Das geht. So, Moment mal, ja, haben wir kurz hier. Ja, okay, Lackierung. Na, schau's drauf. So. Allett voll. Was haben wir hier? Können wir da irgendwas so hergeben? Oh, ja, nice. Jedenmenge Systemdaten. Die 90.000 Credits vom Scannen. 1,1 Mille. Läuft. Haben wir hier irgendwas? Ne. So, wie schätzt du aus mit PvP? BB. Ja, ich habe gerade auch schon gefallen, aber anscheinend hier sind die noch nicht ready. Außer natürlich, wir machen normalen Deathmatch, weil ich starte ja mit zwei Spielern, ne? Ja, äh, ich fliege ja noch einmal los, danach, ähm, auch mal eine Entscheidung, weil, wenn es jetzt nicht besser wird, gehe ich dann, äh, mit, äh, zu Töchterchen, weil die stehen. Ja, das musst du ja wissen, ne? Weil, ich meine, ihr zu zweit Deathmatch hier ist natürlich eher nicht so spannend, ne? Ja, warum muss ich das wissen? Das musst du wissen, haha. Ja. Ich würde auch so im normalen Deathmatch mit allen anderen, ähm, würde ich wahrscheinlich, äh, stehen bleiben, damit, äh, jeder erstmal, ne? Derjenige, wo halt gerade das Glück hat, dass er darf, darf halt. Ach, macht's nur schwer, hä? Äh, äh. Das stützt Multicrew, ist ein Schwamm. Ja, dabei bedeutet weniger Schaden. Ne, war nie da. So, kaufen. Oh ja, ne fette Kettling unten dran. Nice. Ja. So, noch eine. Ja. Kaufen. 14.000 ist ja nix. So, passt. Tato USB 4 Scanner, alles passt. Schildbooster lass ich mal weg, brauche ich noch nicht. Äh. Haben die die 3D? Ah, perfekt. Austausche bitte, einmal Lebenszeitung höher. Das Leben braucht kein Mensch. Energieverteiler 3E. Wow, voll daneben geflogen. Ah. 154.000 ist gut, also ist wert. Austauschen. So, mehr Power. Die Basis ist gut, da kann man fast alles kaufen, was ich will. 3D Sensoren. So. Fringshift ist passt. 824.000 Ja, hast du gelesen, ob Stefan, dass er geschrieben hat? Nee. Ähm, kannst du... Ähm, ja, Stefan, wenn du... Äh, wenn es mit den Solo-Dingern nichts gibt, klar. Aber ich habe mir hervorgewarnt, dass ich wirklich sehr wenig Zeit habe. Das ist halt nun mal leider... Scheiße. Ich habe jetzt, äh, zur Zeit habe ich, ähm, wenn die Kleine von 12 bis 13,30 einen Mieterstaff macht, die in den anderthalb Stunden bin ich bei, bei Final Fantasy gewesen. Oder hier bei, bei Dingen, um mal kurz die Steuerung zu verinnerlichen. Also, wenn das irgendwie, äh, nicht, sorry, äh, keine Toffee-relevanten Sachen sind, ja, mach einfach, weil... Sorry. Hm. Äh... Danke. So. Jetzt hat er den höchsten Treibstoff-Sammler drin. Dann geht es schneller. So, nochmal aufgeregt den FSA-Unterbrecher. Dass ich die Fuzzi selber rausziehen kann aus dem Hyper... Äh, aus dem Super Cruise. Wow, ist das teuer. Mmh... Sekunden. So, ich werde mich jetzt mal kurz stumm schalten, weil, wie gesagt, die Kleine schleppt immer noch nicht. Ich musste mal unbedingt hin und... Nicht je nachdem, wie es bei dem anderen aussieht. Ja. Wenn die jetzt nochmal kommen sollten und sagen sollten, hier eine Stunde, äh, macht ja noch PvP und ich nicht da sind sollte, legt los. Ich... Ich muss jetzt so klein, das bringt einfach nix. Wir haben es jetzt... Wir haben es jetzt 12 und die Stift nicht. Ja, klar. Ja, logisch. Das nervt, weil ich hätte jetzt gern noch so 10, äh, Missionen gemacht, mindestens. Und dann hätte ich nämlich auch die Trophäe von wegen hier auf 50 neben Missionen. Ja. Aber mal gucken, vielleicht habe ich Glück und die Stift schnell ein. Wenn nicht, also, wenn nicht, wünsche ich euch was und morgen dann bei MRW geht es dann gewohnt weiter und dann auch länger. Ja. Ja. Kek mal hin, Holger. Nur jetzt trifft sich halt, äh, jetzt trifft sich halt echt ganz gut, weil keiner ist da, ne? Ja. Alles klar, dann hoffe ich mal bis gleich. Wenn nicht, bis denn. Tschüss. Bis denn, hey, tschüss. Ja, das was wir gerade so machen, können wir dann gleich hier dann ja nochmal umswitchen ja zu den anderen, na. Äh. Ja, auf 4E. Austausche bitte. So. Ich werde nochmal auf 4E draus sein, aber hier haben wir ja Platz. Äh, da, Fachgestelle 4E. Ja, nochmal, ja, das ist gleich so ausgerüstet, wie es eigentlich sein muss, ja. Das gibt keinen Sinn, was habe ich denn da? Da sind zwei Slot und ein 1er drin. Äh. Passagiergebieten? Pfff, ne, muss ich auch nicht. Äh. Aufklärungsdrohnen? Die werden ja auch nicht so verkehrt hier. Die Dage, du, jetzt hier zu hacken, ne? Was ist denn hier? Das ist ja das Abbau-Drohne. Ne. Ah, reparieren. Was ist denn der Scheiß? Schattenpunkte? Ah ja, Sammeldrohnen. Die suche ich eigentlich. Weil ich ja einen abschieße oder irgendwie sowas hier. Äh. Was? Ah ja, halt das da. Sieht jetzt gerade aus, ja. Irgendein Rob, so ungefähr, ja. Platin raus, kurz hier Ciao sagen und dann Bub löschen. Merde. Äh. Ja, das gibt aber auch keinen Sinn. Warte mal, wo bin ich jetzt hier nochmal? Ja, der. Was geht anders hier? Machen wir einfach nur das ganz normal das hier rein. So. Ja, der passt. Hopp. Ja. Sollte passen. 558.000. Passt schon. Ja, ja. Wollte ich doch gerade machen. Nervt nicht. So. Ja, es passt. Achso, den habe ich ja da. Ach, ich so wusste, ich kann eigentlich gleich da mitfeuern. Na, Scheiß drauf. Passt schon. Nur volle Lotte drauf. Wirklich zwar nicht viel bei Schilden. Na, Scheiß drauf. Lass uns das mal so. Äh. Ja, ist da ein Linksscanner. B, genau. Passt zur Erkundung. Hm. Das müsste ich da eigentlich dann fast mit rein. Ich würde es eigentlich für den Scheiß nicht da in die Gruppe machen. Oh, bei dir läuft das. Das gehe ich ja eh erst mal, wenn ich ja eh nicht aus aus mal. Dann könnte ich den eigentlich auch rausschmeißen. Also ich mache das jetzt mit dem Kopfgeld. Dann natürlich. Ne, mache ich erst mal nicht. Ne, machen wir das hier. Prost. So, machen wir das hier. Ja, fertig ist. Ähm. Ja. Ne, gibt auch keinen Sinn. Ne. Wobei, wenn ich hier das hier benutze, freue ich mich, die Unterbrecher auf 1. Ne, warte mal. Machen wir das hier 2. Ups. Wenn wir die eigentlich hier da auch mit rein, dann habe ich ja gleich hier das Geballeria auch mit drin. So gibt es wohl im meisten Sinn. Ja. Gut, das wäre jetzt der Defa ja nur hier das hier Kopfgeld-Setting. Oder weniger, weil eigentlich brüche ich ja dann sonst noch das hier. Weil sonst hier ballere ich nur gute Leute ab. Eventuell. Ne, wohl. Ne, quatsche ich ja sofort. Ob er harmlos ist oder nicht. Also ja. Äh. Ah, egal. Ne, passt schon so. Das passt schon so. Äh. Sehr gut, Serien. Hilflos. Ja. So. Ja. Was ist das easy, was abläuft, das da. Jo. Halbstoffstern. Alter, wo ist das bitte? Okay. Ja, ja. Der wechsel ich auch jetzt gleich aus. Ja, okay. Das sind alles Planeten, wo ich noch nie war. Da haben wir zumindest nichts. Der, okay. Bei den Digga, der Alt, T, P, irgendwas schlack mich tot hier. Da kann ich mich eh nie merken. Aber ich glaube, da ballere ich hier die Strecke einfach so komplett 1 zu 1 durch. Weil hier in den ganzen Gebieten hier. Muss ich ja eh wieder hin, hier haben wir in den ganzen Lus. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass dann, wenn wir im letzten, äh, gerade der letzte Stream, also der vor dem hier jetzt, ne. Da habe ich mal stecken geblieben und musste kurz warten auf den Robert, bis er mit seinen Drohnen nicht bedenkt hatte. Na, war auf jeden Fall schneller oder besser für mich wegen meinen Scan-Daten, wie Selbstzerstörung. Da die Cobra nämlich auch neu, ne. Und dann, äh, ja. Also irgendwie, ich vergesse, dass die Cobra ja... Ja, gut, du hast kurz, ja, halbe Stunde halt, ne. Äh, dass die Cobra ja eine weitaus höhere Reichweite hat und das habe ich dann leicht überschätzt. Aber, naja, das kenne ich. Habt ihr das schon als Ziel gesetzt? Fuck. Glaube ja, ne. Vergessen. Ah. Na, gut. Ja. Ja, da warte ich mal noch, bevor ich hier starte. Ja, machen wir ganz kurzes Beuschen rein hier und dann gucke ich mal an, hier, das hier, weiß ich da, ob ich da, ob ich da, beziehungsweise gehe ich da kurz zu den anderen wieder rein in die Sprache. Aber, das kann ich gleich schon mal machen. Kommen wir nämlich hier ja schon mal raus wieder. So. Ja, also hier nehme ich noch vier Piepes drin. Nehmen wir den Ziel, da wechsle ich auch noch gleich den Controller. Und dann hier, äh, ja. Daddel war da gleich weiter. Ja, kurze Pause, bis gleich. Ja, gut. Vielen Dank. 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 So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ballern mit anaconda oder python oder so was rum. Meistens. Okay passt. geht noch warm also oder hier das sind die sind ja nur die namen ja ja so 84 geht er noch hochgezüchte der anaconda hört sich auch geil an die asp explorer die habe ich ja ja quatsch habe ich noch nicht aber die werde mir gerade holen was gerade exploring betrifft ja weil die werde ich aber dann eher anders gesagt weil ich auf jeden fall ein schiff hier wo ich hier gegen die elite schiffe kämpfen kann na was am sinnigsten ist wobei natürlich gegen 6 g also sechs spieler gegen einen npc sollte eigentlich das problem sein den down zu kriegen sag ich mal es hat 50 mal so wenn er wohl eher noch einen hier für ja einer für bergbau bevor ja auch dieses bei nieder die sommer hieß bei 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 nid na was ich meine ja dieses er zahlt oder was ist aber ja okay ja okay also Python all-rounder dann oder was für Falsenbergbau wenn du das jetzt ja beides ja bei Büter unterwähnst. Aber da glaube ich, du musst alles mit einem anderen Setup dann, ne? Äh, stellenweise ja, Endluft. Habe ich auch vorher die ganze Zeit gemacht, ne? Aber wenn 100% dran steht, dann ist alles fertig, ne? Hier zum Beispiel eher nicht. Na, ihr seht ja jetzt rechts oben hier 15 Stück, ne? Wenn ich jetzt hier reingucke, wenn die so ein bisschen aufploppen, da sieht man es jetzt links unten, 25%. Da muss ich es jetzt wieder machen, wenn ich es will, ne? Hier. Ne? Das ist da. Ah, okay. Passt. Na, ich gehe mal da gleich wieder rein. Also woanders? Da. Ah, okay. Äh? Ja, wer die doch die? Ich glaube, die Python ist, glaube ich, auch ein Stück günstiger wie die Anaconda, so wie ich es jetzt noch weiß, ne? Ah, das ist der. 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 also der scheiß ist fertig naja so die war sogar ein ja nie die party wieder nein okay ja 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 probiert später noch mal wenn seine kleine schläft ach so weil die schläft gerade muss doch eigentlich das gleiche problem hat jonas gerade auch ja wir sind es durch und so wie dolo gibt es den ersten anflug auf ein asteroiden diese frage wo kenne ich denn meine wegpunkte die hast du du hast folgendes kannst du erst mal folgendes machen falls jetzt versehentlich so und jetzt hast du links oben heik und l1 genau da passiert so null liga dann hast du es aber auch ausgelegt alles gut du hast ja links oben an deinem radar hast du ein kompass ein kleines moment der fernseher meldet sich gerade da ist so ein punkt drauf wenn ich es richtig sehe richtig wenn das wenn du ein ziel hast egal ob es jetzt schiff ist eine station und ob wir ihn möchtest man kann eine koffer sagt hier wo sich das ziel zu dir aus dem defense punkt ist das ziel freut hier ja auch wenn es jetzt direkt deine bildschirm und da haben das ist so ausrichten dass der punkt genau in diesem kreuz ist er war ja dann abgebildet ist wenn das jetzt kein punkt ist kein blauer sondern kreis dann bedeutet dass es hinter dir ist das heißt du musst dich dann dementsprechend auch wieder ausrichten also das heißt wenn du jetzt ein ziel hast und du siehst dort den punkt beziehungsweise den kreis richtest du dich jetzt mit dem schiff einfach mal so aus dass das aus dem kreis wenn an punkt wird und der punkt dann eben genau in der mitte von diesem kreuz ist und dann solltest du auch bei dir auf dem bildschirm direkt vor dir zum gelben dreiviertel kreis sehen was eben ziel wo dann dabei steht was es ist welche entfernung und wie lange und du musst nur wissen wenn du jetzt ins andere system springt aber jetzt nicht ein schiff oder eine station ausgewählt hast sondern system dann weißt du halt immer wenn das l y steht das ist halt sprung ist die nur machen muss steht dort ls bedeutet dass das ziel im gleichen system ist hier würde jetzt sicherlich da stehen l y genau das heißt du musst sprung machen das heißt erst mal musst du dafür sorgen dass die station weit genug weg ist dass die massen sperre verschwunden ist jetzt erkennt sie daran dass rechts unten der treibstoff massen sperre fahrwerk und frachtluge steht bei massen sperre darf der blaue für schauer genau das ist nämlich das problem ja und ist heute wieder das wahnsinn und war gestern war es relativ kühl ja heute wieder so eine hitze das scheiße ist das ganze nichts einstellen also sie sehen gerade nur gerade muss ja nochmals kennen weil ab und zu halt nicht aus dem herrn muss ich kann ich wieder zusatzcredits plus rufen scheiß hier wäre es jetzt zum beispiel der fall dass das ziel wo du jetzt hinspringen dann wäre das hier halt nicht zu sehen mit diesem gelben dreiviertelkreis sondern der kreis ihre halt gestrichelt grau das heißt für dich da ist halt irgendein objekt im weg das ziel ist verdeckt dann müsstest du zum beispiel erst manuell super groß gehen um den planeten herumfliegen so dass du sozusagen freie sicht auf dein ziel hast und könntest dann den übersprung aktivieren aber da du ja jetzt davon gehe ich mal aus freie sicht hast auf ziel kannst du direkt drei und nach unten drücken und den übersprung durchführen und natürlich vollgas geben aber das würde er die aussagen wenn du es einfach den übersprung start ist du hättest keine geschwindigkeit aufgebaut dann würde er es zu sagen und dann müsstest du dann das kannst ja machen sie gesagt drei und nach rechts drücken dann bist du vielleicht der jörg ist am skippen sich hier flessig ja ja ich warte noch bis hier bis hier das auch sie fertig selber doch gerade ich meine also immer wohl immer bvp weitermachen ihm das egal ist auch gleich ich bin ja eh nur momentan ist dabei die ingenieure nach einer frei zu spielen also die die mir noch fehlen und mit dem scan jörg aber du musst jetzt sagen wenn man es ein paar mal verstanden hat die unten dass man mit dem tuning funktioniert dann ist es so eigentlich so ein bisschen sisyphus arbeit je nach system aber jetzt nicht wirklich kompliziert das geht aber ich habe ja heute geht keine probleme mehr weil sich was hat nur neu auf teil wenn ein planet hat direkt hinter dem mond sonne wie auch immer da hast das hat ja auch so kurz weiter reiern musste aber ich mache es halt immer so wenn ich in einem system springe lasse ich halt so wie du den scanner einmal durchlaufen und dann baue ich so viel geschwindigkeit auf also ich drehe mich da meistens von dem hauptstern an dem du landest dreh ich mich weg und dann so dass er halt dass ich ihm im arsch zeige und dann baue ich so viel geschwindigkeit auf dass ich so bei 5c bin also weiß ja was ich meine mit 5c die geschwindigkeit die du unten am tako hast ne und bei 5c gehe ich dann komplett runter auf null und da bin ich auch so weit weg dass nichts mehr irgendwie verdeckt ist das ist eigentlich immer so eine bölde Idee hast du nun hier den tastenkombin hingelegt für auf null prozent stellen ja dreieck nach links dreieck und nach links genau rechts ist 100% und dreieck links ist null prozent ok ok jetzt kommt der große moment was muss ich mit so einem scheiß planeten machen an dem ich jetzt stehe besonders sieht mir eher aus wie was warm ist ich würde dir eigentlich fast schon so raten so wie ich auch mit holger gemacht habe und mit das sind da und bekamen das ist jetzt einfach dass du dich einfach mal per shareplay zu mir zuschaltest oder du bist hast halt so viel muße und schaust dir mal so ein paar tutorialvideos an ja ich glaube das wird jetzt eher die richtige Wahl sein ja ich gebe dir mal ein ähm ja mal schauen inwiefern er dir weiterhelfen kann ich hatte nämlich als die ps4-version kam hat diesbezüglich mal ein extra tutorialvideos veröffentlicht und die gebe ich dir einfach mal die packe ich dir mal bei Twitch rein bist du gerade online bei Twitch ja dann gebe ich dir da mal den Link also wenn du bei Google suchst wirst du noch viele andere User finden die Tutorials haben ja die relativ bekannt ist ähm und zwar wo die es abgespeichert hat genau das sind sie doch so wo sich die mal jetzt bei Twitch rein hehehehe hehehehe ich tippe mal auf Alp ja die sagen hm ähm äh äh wenn du dann einfach mal googelt dann wird er noch so viele andere finden bei YouTube ja äh und da kannst du dir mal was du das fliegen angeht und Anflug äh äh was heißt fliegel ich mich mal klärt ja im Weltraum ne man fliegt ja nicht aber ich weiß was ich meine äh 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 dann gibt es auch noch den Markus bei Mettler ich glaube der Markus macht das nur über PC, ne? aber gut, es ist ja das gleiche Spiel, nur dass du halt ein PC im Maustastatur oder mit roter Säden die haben eine Konsole überwiegt einen Gamepad wir sollen dann PVP noch mal probieren oder dort? ich bin gerade eh in der Station, also ich warte jetzt erstmal auf eure Entscheidung ich bin gerade im All unterwegs ja im Moment, ich sehe nur einmal das Dina noch kurz hier und dann warst du da auch habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht oder versehentlich richtig gemacht? ich dachte, ich sollte hier irgendein Moment, ist doof ist hier irgendwo was zu nennen? nö ja, PVP in der Arena das ist die Frage mal, äh, den CQC Modus genau also im offenen Spiel wirst du uns nicht anfinden dann treffen meine ich würde sagen und ja, ich verstehe das eine Team bleibt eben stehen, das andere Team ballert ab ja, also einfach nur fix Trophäen durch boosten und gutes naja, die andere Seite war ja klar ne 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 gut er oder dvP beziehungsweise CQC nicht überhaupt nicht vious und das stimmt ne eine kurze Dauer zwar lustig, aber auf Dauer, naja ja kein Wunders der Modus so tot ist ja ausreich wird sie dann unsere Lobby rausschmeißen sind natürlich noch richtige Scheiß dann Wenn du dann noch so Glück hast und dir auch noch die vierte Datenanzeige und du die Steuerung wieder komplett neu machen musst. Ja, ist aber komisch, weil Holger und ich hatten das nicht. Also, ja, Bruce Green zwar auch, aber... Ja, für dich aber fix durchboosten. Gegenüber Normalspiel ist das dann fix durchboosten. Ich muss zu meiner Steuerung komplett anpassen. Meine Grafikeinstellung, dass er von Qualität wieder auf Performance geht. Okay. Wow. Das sind halt die lokalen Daten, die gespeichert werden. Der Rest ist ja nicht online auf die Zürich. Ja, aber in den Blue Screen verschießt du eigentlich keine Datenlokal. Der Speicherstand so hat es mir aber angezeigt. Ich speicherste Daten und beschädigt. Ja, aber mir auch. Okay. Also wäre es fast das Sinnigste, wenn ich jetzt einfach die lokalen Daten von Elite in die Cloud reinballe oder was? Ja, kannst du ja einmal hochladen, damit er die Steuerung gleich beibehält. Ja, mache ich auch gleich mal noch. Charakter, Charaktereigenschaften, Verdienst und so, das bleibt ja alles auf den Verdienst-Servern. Ja, ja. Ja, das soll ich machen. Das ist ja nur wegen der Trophäen. Ja, soweit jeder von uns diese PvP, also Arena-Trophäen hat. Weil die, was ich, 52 Schiffe, ja, Rang 50 und so ein Scheiß halt. Ja, dann, also ich zumindest werde dann nie wieder da reingehen in diesen Modus. Ja, ich genau. Ich genauso wie nicht. Also ich zeige die Arena dann still mein Hinterteil. Ja. Okay, ich glaube, ich habe einen Schrittschluss. Total feseladen, diese scheiß Kugel. Ich habe gesagt, so wie Toni, da würde ich dir empfehlen, so wie Jörg's gemacht hast, dass ich dir einfach mal Matto drüber rüßt. Ja, ich habe ihn auf der Arbeit reingeballert, kennst du ja. Ja, das Versuchen ist gut, das klappt meistens nicht. Oder selten. Ja, du brauchst ja nur die Nase wegdrehen, Jörg. Ja. Ah, jetzt bin ich einmal zu nah dran und dann höre ich wieder das Rumgeheule wieder. Und noch gleich ein Punkt, du siehst doch jetzt links neben deinem Radar, siehst du doch das Hologramm der Station, von dem Ziel. Ja. Und dann kannst du doch erkennen, dass die Öffnung der Station nach oben zeigt. Versuche halt immer beim Anflug das schon zu berücksichtigen, damit du jetzt nicht rumeiern musst, wenn du zum Beispiel hinter der Station bist. Dass du dann krampfhaft den Eingang suchst, wo du rein musst. Ich suche gar nichts. Du hast ja lange ein Computer, ne? Ja, dann spielt es eh keine Rolle. Ne, du nicht daß doch auch die anderen hier. Ich mach's immer gleich so, dass ich die Station, weil ich ja manuell anfliege und kann keine Ahnung haben, da benutze, dass ich eben so die Station anfliege, die dazu öffnet, direkt zu mir zeigt, ins Hologramm. Und dass ich dann, wenn ich dann austrete, sozusagen nicht jetzt um die ganze Station rumeiern muss. Ja gut, zur Not hier, schießt einfach uns zwei in den Eingang rein. Ja, blöde Frage. Ja. Bei der Versicherungsagentur, da sollte man das aktuelle dann am besten auswählen, oder? Weißt du, wie eine Agentur? Hä? Versicherungsagentur, wenn du dein Schiff um die Uhr angehauen hast. Na, das ist nicht voll gerade da. Das geschieht automatisch an der letzten Station, wo du angenommen warst, dort landest du dann wieder. Und wie hoch deine Versicherungsagentur ist, das siehst du, wenn du ins rechte Menü gehst, mit vier Ecken nach links. Ja gut, null Credit, sagt er mir. Ja, weil alles in diesem Starkgebiet, wo du jetzt bist, das ist auch neu, ist alles eine Leihgabe. Das heißt, wenn du platzt, bekommst du das alles wieder, was du jetzt hast. Ah, okay. Aber irgendwelche Kopfgelder, die du da reinstehst, oder was du an Cargo hattest, meinetwegen, du hast ja schon ein paar Materialien gelagert, ist natürlich weg. Aber Daten und Materialien, die direkt als Materialien gehen, die verschwinden nicht, weil die werden nicht in den Schiffsinventar, sondern wenn du mal aufs Inventar gehst, im rechten Fenster, hast du ja dort zwei Menüpunkte, einmal Materialien, einmal Daten. Die gehen nicht verloren. Und die werden auch automatisch übernommen. Die sollten jetzt bei dir beide leer sein, die Listen, weil du auch die zügig noch nichts verdammelt hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel dein Schiff wechselst, werden die Daten und diese Materialien auch gleich mit automatisch übernommen. Okay. Aber was du jetzt ganz oben in der Schiffsfracht hast, und du gehst dann kaputt, das wäre weg. Ja, da war ja jetzt nichts drum. Genau, und wenn du jetzt mal zum Beispiel eine Mission annimmst, in der es heißt, bringe Produkt A von Station 1 zu Station 2, und du wirst aber auf den Weg von Station 1 zu Station 2 abgeschossen, und hattest diese Ware A an Bord, dann erhältst du eine Strafe. Okay. Weil die Ware, die du ja transportieren sollst, eben kaputt gegangen ist. Ah. Da schreib ich gerade, äh, Ingenieurdaten gehen nicht verloren. Nur die, äh, zu verkaufen. Ne, das sagt ich doch gerade hier. Ja. Das habe ich doch gerade gesagt. Dass die nicht verloren gehen. Ja. Die gute Schiffsfracht, die geht verloren. Ah, Spiegelbübersoneinstellung, gut, alle klar, hochladen. Sicher ist sicher. Äh, die 20 Sekunden nehme ich mir doch gerade mal noch raus, hier. Das ist das nicht so, wie ich da schon mal hatte. Ja, das sind einfach nur deine Belegungen, deine Grafikeinstellungen, deine... Ja, warte mal. Von den 10 MB, ne, für ein Setup. Von hier, Knöpfe, drücken. Also, Respekt. Wäre ja auf PC undenkbar, die Größe. Für ein Setup. So. Bis die doch eigentlich auch einen Systemspeicher haben. Äh. Was machen wir da, wenn wir wieder Team Deathmatch probieren, oder? Ne, ist es egal. Ich denke mal, so ist es für die Ungeübten, wozu ich mich ja ebenfalls zuziele, was das CQC angeht, ist Team Deathmatch vielleicht einfacher. Wenn wir es einfach Deathmatch machen, heißt es ja jeder gegen jeden. Und, ähm. So kann man besser sagen, Team 1 macht nichts, Team 2 schießt. Ja, stimmt, ja. Dann machen wir das weiter. Gut, bei Capture of Lake kannst du gleich auch mal, da wollen sogar gar keiner schießen, ne? Einfach nur hinfliegen, fahren ja und zurückfliegen. Das können wir natürlich auch machen, ja. Da ist ja in dem Fall sogar nur fliegen. Team Deathmatch ist ja mit schießen, ne? Wir müssen nicht wussten, aber wir können natürlich erstmal hier dieses Team Deathmatch weiter durchziehen, ne? Weil da haben wir ja schon ein paar Siege, stellenweise. Das da oder CH Duster, ja, ja. Ich spiele Elite schon seit PC-Release. Jetzt eben nur auf Konsole und, äh, das habe ich den Leuten so weit erklärt. Ja. Nur der eine jetzt, der Suri-Donut, der ist neu. Der ist heute dabei. Deswegen nochmal so ein bisschen auffrischen. Ja. Und der, der das gerade gemeint hat, ist hier dieser Chai-Wahn hier im Stream, ne? Genau, ich gehe hier. Ich gehe hier. Aber da bin ich nochmal ganz fix vorher ab und da loslegen mit Arena nochmal. Ja, aber Daten, die du zum Beispiel liefern musst, zum Beispiel Kurieraufträge, die gehen ja, soweit ich weiß, gehen die ja verloren. Ja. Ja, da bist du echt, der Fischhauer schon mal, ne? Dann bist du moin' oder so, ne? Ja, hau's dir auch noch rein, dir auch noch viel Spaß. Und Akku ist neu, weil der Controller wechselt. Ja, aber danke. Ja. Oder, ich weiß nicht, ob sie dich schon geändert haben, dann müsste ich mich nochmal schlau machen. Achso, hier bist du... Oh Gott, nein. Oh Gott, was? Oh Gott, ich sehe dich nicht mehr. Äh, der Tipp mit dem, äh, Account, bestimmen wir jetzt nicht mal so geil. Wobei, ne, ich hatte ja nur einen Sieg, das ist ja völlig okay. Ich stelle dir ein Holo-Me, dann kriegst du nochmal eine Trophäe. Äh, später. Ja, da kannst du einfach ein Holo-Me erstellen und dann hast du es. Aber das ist keine Trophäe vom Hauptspiel, sondern von der Erweiterung Horizon. Ja, demnächst mal, demnächst mal. Bin da jetzt nicht so... Bin da nicht wie Jörg. Ich kann auch schlafen, wenn ich mal keine Trophäe hole. Was, mir schlecht schlecht? Oh, Sonne. Also, dass da, ich wüsste jetzt nicht in welchen Bereichen gesagt, ich versuche heute alles zu Leuten beizubringen, die hör mir halt nur nicht zu, das ist ein Problem. Ähm, wir versuchen uns jetzt, wir versuchen uns jetzt eben nur hier im CQC halt so ein bisschen hochzupushen gegenseitig. Ja, du musst pushen die Zeit. Weil das eigentlich eine Trophäe ist, die ist nicht alle so wirklich interessiert, aber wir bleiben nur der Zeit benötigt. Aber dieser Spielmodus CQC interessiert uns jetzt nicht so wirklich. Ja. So, Jörg, ist Jörg schon aus Suche gegangen bei Capture's Effect? Ja, ich warte mal, befolgt in der Suche startet. Wenn der da ist. Ja, aber wir warten, wenn der da ist. So, ich glaube, ich bin jetzt geschickt. War da nochmal ein... Ja, Carmen ist da. Ja. 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 Wo genau in Dromi? Die Kräuter wird... Ja, mir wird... Ja, mir wird... Ja, die Nara... Inara sagt, äh... Sagt, ich hab' ich es nur, dann... nach der Zeit, die Nara gerichtet und sie sagt, äh... Inwesendok. Ja, weil mir die... Also, das dann nicht so richtig angezeigt worden ist. Wenn du auf die Werft gehst, kannst du doch da zwischen den verschiedenen Schiffen, die angeboten werden, hin und her schalten mit dem Ding. Mir wurde nicht da mal Werft angezeigt. Also, Mason-Dok hat aber nicht Werft. Ja, ich war ja jetzt... Jetzt fliege ich zum zweiten Mal rüber. Warte mal. Ich rufe die Nara nochmal auf, die Seite. Joch, re. Bibi. 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 Wie, ich hab doch gewartet mit der Suche nicht, dass er dann irgendwie anfängt und irgendwo reinwirft. Joch, ich baller einfach mal rein. Bibi. Bibi. Die bei Team Deathmatch, sonst sind wir ja aus Recht in einem Team alle. Und es geht aber nicht. Na, Capture the Flag habe ich jetzt ausgewählt. Ach so. Sagtest du doch. Ich dachte, Team Deathmatch. Ach so. Ich dachte, es wäre kein Capture the Flag. Und wir nicht schießen, sondern einfach nur Keyword im Rollen. Ja, ok, dann machen wir das. Warte mal. Dann machen wir das. So, bis jetzt zumindest nicht. Ich kann auch die Suche abbrechen. Ich kriege mich ganz auf euch. Ah, sauer Capture the Flag. So genaues Spiel. Ich bin noch nicht normal drin, ich lande bald. Das dann auf jeden Fall, was Crewmissionen angeht, ich denke mal, das wird insofern dann relevant sein für Jörg und die anderen, dass die ein bisschen mehr Geld kommen, weil diese Crewmissionen ja doch schon so sinnvollerweise zwei, drei Spiele mindestens verlangen. Plus Elite-Gegner, sehr nice. 50 Stück davon, bling! So eine Waregangsprozieren muss, dass es dann eben zu dritt oder zu viert in einem vollen Geschwader natürlich wesentlich schneller geht, ja. Oh, da sind sie alle. Immer die gleichen Nasen hier. Der ist ja nicht der Kack, nur mit Level 1. So-ri-do-no. Ja, durch das Löschen vom Account habe ich meine Stufe 2 verloren. Wo ist ein Nightcat? Oh Mann. Ja, aber ich wusste gar nicht. Ja, Carmen fehlt noch. Ja, ich habe das Mikro gerade ausgehabt. Ich habe doch gesagt, ich muss noch landen. Ach so. Ja, das da, bevor aber Jörg dort hinkommt, um diese Mission anzunehmen, will er sich erst noch ein bisschen den Ufer der Föderation aufbauen bezüglich Soll-System. Ähm, das kommt dann alles ein bisschen später. Aber ich kenne Rubigo, ich kenne Toluco und habe da schon zig Transportmissionen gemacht. Also vom Rahmen her wurde, äh, quatsch, äh, vom Rang her wurde ich, äh, ja, nimmt sich nix. Also wer macht so aus? Na, es geht jetzt darum, kehrt was ein Fleck, irgendwas muss hier geholt werden, ne? Ja, ja, die Fahne, da wo halt das Erobern dran steht, da muss hinpösen, äh, Flagge holen und zurückpösen, würde ich behaupten. Da, wo er oberen steht, äh, warte mal, ich nehme es ins Target. Ach so, so ein Tor ist das, okay. Yay! Oh, Asteroid, Asteroid, weg, weg, oh. Mach Eskorte. Äh, machen wir mit Ausscheiden oder ohne? Ohne, oder? Ich komme gerade gar nicht mit der Steuerung klar. Ach, wieso ist die Stuhl wieder beschissen? So, er steht bei mir da Ausscheiden. Er steht da durch, er steht da Ausscheiden. Äh, wieso mit der Steuerung, ja, die hast du gerade wieder eingestellt, oder nicht? Die ist total wieder scheiße. Ach. Jetzt habe ich mal Tzschi da eskortieren. Äh, ja, hier mit dem, äh, Ausschalten, also sprich, ich kann die Fahne gar nicht abliefern, ähm, wenn ihr, wenn ihr die Soxen auch wegnimmt. Oh, Asteroid, oh, Asteroid hat die Flagge, äh, Flagge grün, Flagge rot, ey. Ja, die eigentliche Flagge muss da sein, ja. Hier, Sorilono, bleib mal kurz mal stehen, weil ich flieg mal kurz mal zu, äh, zu dir, da baller mich mal ab. Oder irgendeiner von euch, Robert, oder so, oder Carmen. Ja, wo bist du? Ja, ich flieg gerade zu Sorilono hin. Nö. Warte. Nein, nein, guckt ihr mal, dass ihr gewinnt. So. Oh. Guck, wer war das jetzt? Na, ich sollte hier auch mal verlaufen. Ja. So, und jetzt müsst ihr hier theoretisch die abgeben können. Nachdem ihr die Flagge wieder geholt habt. Also eure eigene, ne. Weil die eigene Flagge muss hier ja immer in der Basis sein, dass ihr die abgeben könnt. Ja, wo ist denn die Flagge? Steht doch dran, erobern. Da, wo erobern dran steht. Ja, da sieht man nur so ein Brutal, wo ich durchfliegen kann. Mit so einem Kreuz drin. Da, erobern, ne. Genau. So, und jetzt kannst du auch wieder nur die abgeben. Da, wo auch dann jetzt hier, äh, sein Ziel halt dran steht. Muss er wieder durch das Tor durchfliegen. Das ist blau, ne, was mir angezeigt wird, oder? Bei euch blau, ja. Bei uns ist es rot. In dem Fall, also euer Ding ist es rot. Ne, das blaue, das blaue Vier zeigt mir jemanden an, der die Fahne gerade hat, oder? Ne, Kreis. Das ist ein Viereck, ich seh hier ein blaues Sechseck, mein ich. Und wenn ich mich darin nach ausrichte, seh ich Sori Dono. Ja, genau. Cool, Sori Dono, du hast kapiert. So, was hast du denn jetzt nochmal genau gemacht, Sori? Ich komm mit diesem Kreuz aus dem Blick. Ich hab ne Fahne geholt bei erobern. Dann haben wir Jörg übern Haufen geschossen. Und dann konnten sie abgeben. Dann haben wir Jörg übern Haufen geschossen. Und kein Kaffee. Ja, und jetzt gleich hier, rinse and repeat. Also, theoretisch gesehen, hier kann ja einer von euch eigentlich ja bei unserer Fahne stehen bleiben, ne? Während ja, so gesehen, eine andere wieder zurückfliegt, die schon mal abgeben. Ich mein, da spawnt ja die direkt wieder bei uns. Dann kann der andere direkt durchfliegen und so immer wieder ins repeat, ne? Dann geht's natürlich so zweitrad, zwart. Ich mein, aber jetzt immer so gesehen, immer nur eine Strecke, die man zurückfliegen muss. Also. Jetzt hat sich grad irgendwer die Fahne geschnappt, kann das sein? Ja, Sori Dono. Ja, der Andi. Wer? Sori Dono. Sori dich. Sori. Darf ich ihn abballern? Ja, das Ausschalten ist so klein, dezent rot, ne? Vor allem, wenn ich jetzt ganz langsam mit der Steuerung klarkomme. Ich bin zwar irgendwie schief, aber... Ich hab jetzt meine... Config-Datei wieder runtergeladen und hab meine eine Steuerung drin. Ein hoch auf die PSN-Flaut. So, ich hab dich im Visier. Ich hab ihn im Visier. Ich könnte, aber ich tue es nicht. Hä? Darf ich jetzt, dass ich nicht... Ja, genau deswegen, ja, ja. Abball. Warum sind die Flagge nicht... Baaah. Selbstverständlich sind die Flagge rum. Die ganze Zeit auf dem Kopf. Du musst die Flagge abgeben, ne? Ja, ich bin da schon zweimal durchgeflogen. Geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Geht doch. Hä? Wie oft muss man da durchfliegen, damit das zählt? Richtig rum muss er durchfliegen. Du hast in den kleinen Kreis, dann durch den großen Kreis. Du musst genau die Mitte treffen. Boah. Was hat sich der entwickelt, oder? Hab ich gedacht. Ja, das dachte ich mir auch schon, wo ich meine Fahne geholt hab hier. Also eure, so rum. Muss genau mitten durch. Heeeey. So. Ich geb's aber einmal ab, danach könnt ihr's ja mal machen. Ich will den nur immer hier gemacht haben, damit ich weiß, wie das hier funktioniert. Boah. Was ist denn? Was los, Carmen? Ich bleib mit stehen. Ich, 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 ich flieg auf den Kopf. Nee, Scheiße. Ich flieg echt auf den Kopf. Ich gebe sie jetzt gleich ab, und danach könnt ihr das ja dann machen. Ich kann nicht mehr rotieren. Gar nix. Ich... Hast du vielleicht die unterste linke Ecke von dem Touchpad gedrückt? Nein. Bin ich einmal durchgeflogen? Ja, du bist genau durchgeflogen. Also bei mir zum Beispiel, siehst du jetzt gerade jetzt im Stream, wunderschön, ne? Wenn so ein rotes X dran steht, das ist ähnlich wie so eine Einbahnstraße, ne? Da fliegt man nicht in die falsche Richtung rein, sondern in die richtige. Ich bin jetzt wieder durchgeflogen, es passiert wieder nichts. Ehe? Ja, du fliegst von der falschen Seite aus rein. Jetzt bin ich von der Seite, fliege ich jetzt mal rein. So, hat nichts passiert, jetzt drehe ich mich. Ganz langsam. So, jetzt flieg ich von der Seite, du bist wieder ein... Ich sehe immer nur ein Weiß-Nix. Jetzt, endlich. Du fliegst aber auch sich beide Kreise durch, oder? Carmen hat die Gegnerflagge, kein Wunder, dass das nicht funktionieren. Ich fliege dich durch dieses Hologramm da, oder wo du musst dich... Ach, lol. Echt jetzt? Ach, deswegen steht bei mir Esklautieren dran. Ich sehe hier nur dieses Hologramm mit diesem Kreis. Wo sind wir denn da durch? Du hörst doch auf die Lachen, dass man da durchfliegen muss. Die, die, die... Die Carmen hat... Die Flagge. Es war nicht mit der Versicht. Also, tendenziell, ihr müsstet jetzt erst mal ja Carmen ausscheiden, dann eure Fahne wiederholen und dann durchfliegen. Mann, ey, warum... Ich sag doch, dass ich das machen möchte. Warum nicht damit denn dann die Fahne weg? Ich kann nichts dafür, wenn ich mit dem Scheiß nicht so zurechtgekommen bin. Ich sehe Carmen auf einmal von rechts nach links. Ich bin gut bei mir, ob werdet ihr vorbeifliegen mit der gegnerischen Flagge im Schleppschau. Du musst die Fahne abkamen, damit ich zu mir nochmal stappen kann. Damit ich jetzt das Himmelkamera standen habe. Ich bleib stehen sogar, schau. Sattest mich ab. Nein, gibst du doch ab. Geht nicht, wenn du die Fahne hast. Du musst jetzt ein bisschen umballern, dann aus weiter durchfliegen zu eurer Fahne dann wieder, dass sie wieder respawnt bei euch in der Basis. Na, und dann musst du unsere Fahne bei deiner Basis abgeben. Das ist ja ein Bullshit, echt. Naja. Aber immerhin auch besser wie SSS Street Multiplayer, ne? Black Flag. Da lobe ich mir aber Capture Flag in Unreal Tournament. Yo. Da ist nämlich schnurzegal, der die Fahne hat. So, und jetzt kannst du die abgeben. Ich wollte ja nicht, aber die Fahne haben. Das kann man zerstören. Oh, okay. Ups. Vor allem kam es, wie du da einfach so schön im Spazierflug vorbeigefloppen bist. Er meint, was ist denn so was? Ich bin da mit der Flagge. Nein, endlich. Das hat er dann gedauert für Drehfahren. Ja, muss ich den Modus noch mal? Ja klar, bleiben wir drin in der Lobby. Zwei bleiben stehen, der Rest frei da. Ich mit Sori Dono. Okay. Hey, ich bin rankiert. Sori und ich haben mir gerade, da machen die jetzt beide gar nicht. Und ihr schiebt halt... Äh, du weißt schon, dass wieder das Randomized ist, ne? Mit der neue Steam und so. Achso, das ist ja jetzt das alte Team, ja richtig. Mann, ist das kompliziert. Ja, da hast du hier ja anscheinend auch. Du bleibst die Fahne hier liegen, na? Du musst doch sie ja hinterher fliegen und dann die Fahne auch so wieder einsammeln. Dass sie real respawnen im Lager. So, Nightcap ist zusammen mit Sori Dono und ich dann halt mit Jörg und Splinter. Also, ja, wie wollen wir das machen? Sori und Carmen erstmal? Oder du? Ja, Carmen hat's ja jetzt drauf, ne? Die kann's ja. Five, two, three, three. Und das sogar im Kahn-Modus in Spazierflug. Ja, mach gerade hier einen... Ja, Carmen und so, würde ich meinen. Was? Ja, weil wir können's ja jetzt hier ganz einfach machen, ne? Wir rechnen einfach hier die jeweiligen Team-Ränge zusammen, ne? Und der, der die niedrigste Gesamt-Team-Rang hat, der soll gewinnen. Was sieht man? Also Sori und ich. Genau. Weil die haben nämlich zusammengerechnet, haben wir haben die sechs, also sprich, Splinter ist schon alleine drüber, ne? Ja, wir bekommen ja trotzdem, jetzt wenn wir verlieren, kriegen wir ja trotzdem... Ja, klar, ein paar Punkte kriegst du immer, ja, logisch. Ja. Ich lieg' zu lange durch die Booster hier durch. Ich komm' ja schon, ich komm' ja schon. Das läuft, ja. Ja, macht nix das. Ja, so ähnlich läuft das bei uns immer ab, ne? Ja, Multiplayer ist Chaos. Obwohl es selbst so eine cool Mission, gerade hier mit dem Robot, auch nicht viel besser war, ne? Weil ja, du gesehen, Elite-Gegner, zwei auf Experte, glaube ich, irgendwie war das bei der... Da war ja so eine Dreiergruppe da, Staffel. Das war lustig. Ja, macht null Schaden, auf einmal haut er ab, weil er einfach so ein Brecken war. Ne, ich stehe da rum mit meiner Cobra, ne? Ja. Hau ab, hau bloß ab. Seht ihr mich, dass ihr mich abschießen könnt? Ich sehe leid... Ja, klar, steht doch dran auf unschalten. Ganz groß. Ne? Ja. Irgendjemand schießt schon auf mich, ja. Wer ist das? Verdammt! Schnell unterwegs! Haben wir die zu stören, die alle? Die fahren was? Nö, klar, ey. Also der Imperial Fighter, der gefällt mir. Ich glaub, den hol' ich mir als nächstes. Aber einer von euch muss ja schon die Flagge haben, weil ich jetzt auch den Punkt davon habe, ausfalten. Okay, dann brauchst du mich ja nicht mehr ausschalten, dann kannst du dir die Fahne abgeben. Ne. Ich stand trotzdem dort und ausschalten. Ach, echt jetzt? Du kannst jetzt die Fahne abgeben, jetzt, ne? Nein, ich... Bergen, oder nicht? Du musst dir... Ne, jetzt, jetzt! Ja, wieso, Carmen, du hast doch die Fahne. Ja, bei mir stand jetzt grad dort, dass der so riesen hat. Ne. Ach, nein, ich hab die andere geborgen. Die ist damit automatisch wieder in zur Base. Genau. Och, ich hab doch meine Brille nicht auf, Leute. Yay! So, jetzt läch' ich noch zweimal und dann habt ihr's. Schnell, bevor die Sau wieder Blue Screen machen. Ey, halt bloß die Klappe. Ja, siehst du, ich mach dich, die lokalen Daten in die Cloud geschoben? Weil das ist ja das Setup. Da brauchst du nur, wenn's wegkommen sollte mit Datenbestand defektor so'n Scheiß, den Routerladen von der Cloud wieder. Dann hast du ja wieder das Setup. Weil, das ist das Einzige, was lokal gespeichert wird. Dein Setting. Audio, Video, Sound, bla bla. Aber das Setup hab ich hier zum Glück in der Cloud gespeichert gehabt. Ja, genau. Genau das. Hm. Sie können ja die Schilder nicht zerstören. Was sind das denn Scheiß? Oh, ne Sonne. Ich flieg mal zur Sonne. Oh, ob sie jetzt die letzte Fall noch hinkriegen in 11.15 Minuten, das wird eng. Spannung steigt. Ja, genau so. So geht's natürlich schneller, ne? Einer gibt ab und der andere startet, erwartet schon mal an der gegnerischen Basis, so gesehen muss, oder durchfliegen dann. So geht's natürlich dann ratzfatz mit den 10 Siegenden. Die haben wir dann bei weitem schneller, würde ich behaupten, die Team Deathmatch. Also, wie ich sie jetzt hier gesehen hab, hier, ändern sich ja die Tore nicht. Ja, die sind immer in der gleichen Position. Oder? Zum Fahne holen. Ja. Ja, was? Easy. Oh, schon kam er. Schon wieder verloren. Mann, meine KD. Wenn ich ja meine KD denke in Call of Duty, dann kriegst du keine Brecken. Die ist doch unterirdisch. Das ist doch mal kurz die andere Türe, die sie noch so gibt. Die Imperial Eagle, nehm ich doch mal. So, schauen wir mal wieder, wer wieder mit dem zusammengeworfen wird. Ja. Jetzt zählen wir einfach immer nur die Ränge zusammen, oder? Und dann halt hier, die, 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 den niedrigsten, mein Gott, den niedrigsten Gesamtrang haben, ne. Ja. Da muss ich immer in der Göttergruppe sein, ich will auch mal gewinnen. Also heißt das, so geht's zusammen mit Splinter, ja? Ja. Okay, wir machen nix. Doch, rumfliegen. Ich teste die Schiffe hier eben aus, jetzt habe ich hier diese Purell Eagle Matter. Ah, ein Bürstchen. Ach Mann. Ja gut, blöd wäre es dann ja so gesehen, nur wenn in der Dreyergruppe schlussendlich hier zwei davon schon die Trophy haben sollten und nur einer, die ihm fehlt. Dann ist natürlich klar, das ist ja trotzdem hier, äh, ja. Dann zählt ja nur noch der, dem die Trophy fehlt, die anderen Ränge sind dann Wurst. Ja, Kamer, was hast du bitte? Ja? Du hast gerade eine Frage gestellt. Ich beballer gerade hier in Asteroiden, Alter. Die Leute ist doch gerade in der Frage gestellt. Uh, eine Flutlichtanlage. Ich hoffe, man hat es abgebaut. Ich kann nicht. Ich glaube, du musst du halt wirklich gut sein, die Wurst hier muss, um zu gehen. Dann hat sich wahrscheinlich gar nicht, äh, ausgeteilt sowas, ne? Ja, extra anzunehmen. Gibt meine Brutlicht, meine für 65 Euro, oder was kostet er da, oder 10, denk ich. Ja, aus dem Weser-Stadion. Hast du nur nicht wirklich viel falsch gemacht, aber... Ich verstehe mal, die Nachfrage war da nicht so glücklich los. Das klappt gerade auch bei mir echt nicht. Da ist die andere Seite, wo wir das Stadion. Ja. Hey! Ja, ja. Aber wenn es hier vom Speed ja so weitergeht, dann kriegt man sogar alle durch. Gerade so, bis 3 Uhr. Was wollen wir jetzt eigentlich? 1.03 Uhr. Oh ja, okay. Entschuldigung. Den halten wir trocken. So, die Donut tut mir leid. Ehrlich. Weiß noch was? Die Donut tut mir leid. Alles gut, alles gut. Hey, du pass auf, sonst war ich zurück. Und ich schieße echt gut daneben. Bis später kommen wir mal auf die Elite-Gegner, dann losgehen, ne? Er ballert auf uns, statt auf die Gegner. Ich habe an dem Target vorher. Oh cool, ne? Sorry, die letzte. Bin schon unterwegs. Ja, na, ist 5 Minuten pro Luz? Jörg, du musst einfach mit mir ins Team kommen, ne? Ist die Sache relativ einfach. Der ist ja auch wie bei uns, aber so RNG-Zeug ist scheiße bei mir. Jörg, bei der, beim CQC Startmenü, wenn man da die Option hat, geschwadert, vielleicht hat das ja, was schon mal jetzt mit den Leuten ins Geschwader reingeht, meinetwegen du jetzt und ein anderer, du hast die dann definitiv auch zusammen ein Team, denn das heißt, das heißt, die Leute, die mehr gepustet werden wissen, weil ich auch so nicht im Rang sind, dass die dann halt geschwadert. Das heißt, dass die dann auch mal, dass die dann dadurch auch immer im selben Team sind. Weißt du, was du gesagt hast? Wenn das denn in CQC oder so übernimmt, dann ist das natürlich nicht keine Sache. Weiß ich ja nicht. Du hast eben beim CQC Starten, du hast eben die Option, die Schwadereinladung rauszuhauen. Und ob das was bringt, du bist es einfach mal testen. Äh, nee, also nach hier, nach Goggle, na? Ist ja nur so gemeint, dass du halt hier, so ist in deine Leute schneller einladen kannst, dass die mit reinkommen. Also, weil du dann irgendeinen Modus startest, jetzt gerade Deathmatch ist Deathmatch, jeder gegen jeden. Team Deathmatch wird dann hier halt, was weiß ich, wenn du sechs Leute einladen würdest, gesplittet, 3-3. Okay, also bringt das... Nö. Okay, nee, hätte nur sein Grifant, nur unser Gedanke. Ja, hat nämlich schon nebenbei noch nachgegoogelt, wo ich hier einfach nur sinnlos rumstehe. Oh Mann, Loot. Weil den Gedanke hat nämlich auch, ne? So, jetzt habe ich 995 XP brauche ich insgesamt, zum nächsten Abend habe ich 214 jetzt bekommen. Schau. So, jetzt sind wir alle sechs, vier, drei. Jetzt bin ich echt der Lowest, ey. Guck mal, ich bin Loot. Na, egal. Dann geh du. Jörg, wo du jetzt reingehst, das Team holt sich die Fahne, egal. Toll, kriege ich jetzt einen Noob-Boost, oder was? Ja, einer kriegt den ja immer. Den Livestreamer-Boost bekommst du jetzt. Oder sogar eine Ahnung. Robert, wir haben schlechte Karten. Jeder einmal eine Schienflagge. Ich habe jetzt keinen Schien geschaut. Wer ist jetzt mit wem zusammen? Robert, wir zwei. Aber wir machen nichts und Jörg holt sich die Flagge. Ja. Ja, ich flieg halt rum. Ich gerade eben auch. Ich würde durch die Gegend fliegen. Ich richte mich schon mal einen Flaggenabholpunkt. Ja, ich suche den auch gerade. Dann geht das nämlich hoch, zuck. Ja. Boah, schießt sogar um, so ein Flackenträger. Wow. Der ist noch bei Jörg. Bei Jörg sind ja noch im Team. Splinter. Splinter und so. Ja. Ja. Gut, jetzt hat er auch seinen Commander gelöscht hier und jetzt überholt uns alle noch gleich was. Sorry, Dono, was auf. Ich meine, du würdest ja noch mehr Erkrankspunkte bekommen, wenn wir uns da gegenseitig abballern würden, ne? Das zieht ihr auch noch mit dazu. Ja, nee. Das zieht sich dann bloß alles umdurch in die Länge. Naja, das können wir ja dann machen. So, nächster. Wunderbar. Also, der Planeterhund sieht ja geil aus. Wow. Muss ich ja klappen, dann halt hier. Cool. Ja. Der hat was. Oh, ich bin zu weit weg. Zehn Sekunden, der zerstört. Ich bin dann in so einer komischen Seite. WG kaputt, weil ich so weit wegfahre. Da könnten sie auch ein bisschen besser markieren, wo die Kampfzone endet. Ja, das stimmt, ja. Ja, das war ja auch vollkommen los, da war ja da scheiß drauf. Nein, ich hab mich dann wieder nach den Gegern ausgerichtet und dann halt zum Gegnern geboostet. Ja, wenn ich welche gesehen hätte, ja. Ja, ja. Spitter, fahr durch. Geil. Das sieht jetzt so aus wie du einen Feuerball hinterher ziehst. Ja, das ist voll übel. Weil wenn du nur jemanden abballern willst, der das Ding dabei hat, das ist so der, weil du siehst ihn einfach nicht mehr. Hä? Ah, easy! Ich bin wieder verloren, ach man. Ich bin mal ins Verlierer-Team, komm ich rein. Hey, Rang 4, geil. Aber jetzt häuslich installieren, da gab es wieder knappe 100 XP. Was? Was soll denn der Scheiß? Toll. So, Platin ungefähr 2021. Du bist aber echt positiv gespürt. Ganz ehrlich, Ende des Jahres und nächstes Jahr wird sowieso echt übel. Ha! Ich bin Splinter. Das ist so... Also, ihr jetzt wieder fahren holen? Ja klar, weil wir haben den ja niedrigsten Gesamttrang. Alter, echt jetzt? Ja, wir kommen gerade mal auf 11. Wir haben den Sochi dabei. Der hat am wenigsten. Nein, ich habe am wenigsten. Was? Ja? Ich bin Rang 4, sorry, 5. Ja, ich hab dich schon überholt. Ja? 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 Ja, geht doch fix. Das geht ja hier echt fix. Ja, das geht ja hier echt fix. Die und der ist jetzt schon länger. Mauer! Die Mauer muss weg. Ja, aber echt? Der Platin ist ein scheiß Ding dahin, ja. Woher muss ich denn jetzt hier? So. Da hinten. Okay. Hä? Da habe ich mir, Robert hat er gleich eingeholt vom Rang her, oder? Geil. Was? Flaggenträger beschützen? Nee. Okay. 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 So. Hey. Entschuldigung. Ich will nur ein bisschen schwanger aufbauen. Da. 3, 2, 1. Hopp. Du hast die Flagge. Also geht jetzt echt fix, wenn du direkt vor dem Posten stehen bleibst und auch nur wartet bis ich respawned. Also ist mit Ladezeiten gute 5 Minuten pro Runde. Ja, läuft doch. Ja. Robert. Das kann nur Robert sein, der auf mich schießt. Gleich habe ich ihn. Keine Angst. Denn ich würde schießen die nicht runter. Mhm. Das ist die Ups. Easy. Oh man. Niederlage. Yeah. Ne. 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 Geil. Nur 45 Rangie to go. Okay, es wird spannender. Zwei mal 8, drei mal 5. Okay. Überlebenskünstler 100 XP, gute Arbeit 25 XP und überlebt 50 XP. aber ich habe schon fleck haben die nur die eine map oder alles ist eine andere astroidenkampfzone das was wir kommen ja astroidenkampfzone als nächstes jetzt kommt es ja 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 weil hier kommen nur 14 über 17 so ich gucke die gegnern und die stoff endgült man kann ich nicht sagen wir haben da reinparken das wo wir jetzt mal der da wo oben dran steht da wo sie in bösen ein bösen durch bösen ja ja da darf ich mich gerade so auch aus jetzt wird der wach ist es hier so genau so mit ja Ja, Futter-Luke auf, ja. Ich bin schon froh, wenn PvP vorbei ist. Oh cool, was ist denn hier im Loch? Cool. Ich bin im geheimen Tunnel und ihr nicht. Na, 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 na. So. Hey! Mein geheimen Tunnel! Toll! Was? Ich glaube, wir verlieren. Oh, das sieht nur so aus. Raus aus meinem Tunnel! Raus aus meinem Tunnel! Raus aus meinem Tunnel! Ich bin still! Ich bin still! Hä? Das sieht aus wie so eine riesige Tesla-Spule. Wollen wir da den Tank zerstören? Nö! Pff! Das ist ja langweilig! Äh, das wird zu viel! Mein Feuerkunde ist wenig so irgendwas hier auf dem Elbner zu zerstören. Aber hier geht ja überall gar nichts. Ist ja langweilig! Hm. Joa! Piu piu! The enemy has the flag. Ja, Robert, du bist ja auch faul, ne? War das lieber auf mich und lass dich auch immer nur die ganze Arbeit machen, ne? Ne! War das doch gefragt? Ich hole die erste, weil ich am Anfang wollte und er und die anderen beiden. Ich kann's auch gerne weitermachen. Ja klar, geht doch schneller. Jaja, logisch. Gib mich jetzt den Zuri. Oh. Enemy victorious. Vor wem? Vor wie selbst? Ich hab mir wirklich geballert. Ja. Ja, kleb dir die ganze Zeit an deinen Hintern. Ich hab vorhin auch auf Jörg geballert. Aber echt viele Maps haben die echt eh, ne? Zwei Stück, wow. Ne. Hm. Ich mein, wenn es eh tot ist, ne? Uh, Carmen hat 6. Ah. Carmen hat 6. Was? Oder? Da ist 6. Steh dran. Hm. Ich darf grad. Ist nicht so deine Zeit eigentlich, ne? Du bist normalerweise schon im Koma. Die Zeit, oder? Freitag ist endlich nicht. Jörg, du bekommst schon auch noch irgendwann Sex. Musst noch ein bisschen warten. Ha. Ich wieder mit Splinter. Das Ende der Runde ungefähr. Jörg, du kannst ja auch ein anderes Schiff auswählen möchtest, ne? Nö, nö. Das war schon das Ding. So, Jörg und Splinter, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Jo. 5, 4, 3, 2, 1. Engage. Naja. Äh. Äh. Oben. Ja, ja. Du hast eine Flag. Geil. Zieht ja so ein roter Streifen hinter sich. Ja. Ja, da siehst du mal, wie heiß ich bin hier. Das sind bestimmt auch hier als, sag ich mal, Frischlinge hier drin. Ja, was für ein Spacken. Warte doch mal, da wo Ausschalten draufsteht, muss ich abschießen, ne? Ja. Oh, ausrichtet ihr. Ja. Your team has captured the flag. Was? Team Blau, denke ich, noch ein bisschen angeregt. You have the flag. Wenn Jörg noch mehr Punkte brauche als Blinder, dann lasst Jörg auch am besten mal die Fahnen eindringen. Das machen wir ja bisher immer. Weil ich mache immer zweimal in einmal. Okay. Also. Einmal so viel Booty gibt es auch nicht mehr, das sind 50 XP mehr. Ja. Und ich 220. Oh. Ja, okay. Oder so. Ja. 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 DJ Likes haben, das ist bestimmt so ein Smurf-Account. Ja klar. Ja. Ich habe drei Mal Platin bisher, ne? Also. Ja. Ja. Also hier kannst du so. Ich bin jetzt mit dem Sori und mit mir auf gleicher Stufe, ja? Ne. Ne. Sori hat sieben. Fuck. Aber ich habe mit dir Sex, Carmen. Ne. Was? Ich habe mit dir Sex. Keine Angst, was unter dieser Nummer. Oh. So, sorry. Und trotzdem dürfen wir. Ja. Willst du anfangen, weil ich die erste und du die anderen beiden wieder, oder? Also ich... Äh, wenn ich die erste nehme, dann kannst du die dazwischen nehmen und dann kann ich die dritte gleich hinten dran setzen. Da haben wir nicht so viel Wartezeit. Jo. Ja. Äh... Ich wollte ja immer an den einzelnen selben Punkt, ne? Die Karte, ne? Die Flagge sich auf den... Ja, genau. Na gut, dann nimmst du die erste, dann liegt doch schon mal hin und dann... Ne, ist auch wieder eine andere Map jetzt hier, Eisfeld. Okay, dann haben sie doch grandiose drei Maps hier dran. Cool. Oh, da ist ja der Container, den man zerstören kann. Geil! Uuuuhh! Heheh! 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 Heh! 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 Ich sehe den Stern am Pimmel! Heh! 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 Ja, ja! Alles voll ja, Laura Sterne! Oh Mann! The enemy has the flag! Ähm... CQC Championship Meine Name klingt ja gut mit Closed Quarter Combat, aber dass er nicht so tot ist, ist ja nicht schade. Nee. Ja, aber können wir ja dankbar sehen, dass wir uns geändert haben. Jaja, der ist auf jeden Fall. Ja, wo du Elite noch nicht gespielt hattest, wo du dann immer fragst, ob was los ist, und ich dann ab und zu mal reingeschaut habe. Ja. Hä? Was ist das jetzt für ein Tor? Ich bin schon im zweiten Rang von CQC-Rang. Echt? Nein, ich bin immer noch hilflos. Ja. Warum hast du? Oh, schlucks länger. Er hat eine Flagge. Er hat mir gerade ange... Obwohl ich die Karte noch nicht hatte, hat er mir gesagt, du hättest die Flagge. Aber ich denke, es gibt nur einen Ort, wo die gespawnt. Ja. Ja. Ist sie auch. Ich muss ja ganz kurz warten hier, wenn er sie abgegeben hat oder so ungefähr fünf Sekunden, bis sie wieder da ist, die Fahne. Ja, aber da habe ich schon die Meldung bekommen. Ihr Team hat die Flagge. Obwohl ich es noch gar nicht abgegeben hatte, bzw. aufgenommen habe. Okay. Also ja, super Statistik hier. Das motiviert ja. Wenn man das so sieht hier. Da, Kampfrang harmlos. CQC-Rang hilflos. Toll. Hilflos, harmlos. Geil. So. So. So, jetzt kannst du wieder. Beim Erkundarang bin ich am höchsten, ey. Ne, BVB. Also BVB, so rum. Also ich bin bei Dings, jetzt bin ich jetzt meist hilflos bei 14%. Und Jörg sehe ich gerade bei 85 hilflos, okay. Ja. Ich habe auch 13% beim Meist hilflos. Oh. Okay, man kann scheinbar auch zum Flagge abgeben. Einfach Vollgas gegen das Tor klatschen gegen den Pfosten dazwischen. Hilflos, scheinbar. Hast du echt nochmal getestet? War ja natürlich nicht Absicht, ne? Hast du das? Ha ha ha. Hih, ha ha ha. Asteria Punkt. Direkt neben G-Punkt. Na gerade war schlecht. Hahahaha. So, was kommt denn dann noch alles überhaupt? Oh, es ist Carmen die schlechteste. Carmen hat immer noch 6. Guck dir das an, ja. Ich kann halt länger als du. Wenn ich jetzt in den Team sein sollte... Hey Jörg, wir zwei. Ja. Mache ich dir erst mal die dritte? Ja, mach das. 3, 2, 1. Engage. Vielleicht werden die das auch noch mal zuerst blicken, ne. Wer jetzt 10 Matches gewonnen. Wenn es so weiter geht. Der Typ, der seinen Account gelöscht hat. Ja. Ja, mei, ne. Dafür fällt ja dein Rang dann künftig dann raus, bei der Betrachtung ja mit dem Team und so, na. Aber bei dem Männer geht es dann noch schneller. So. Okay, das wäre dann cool. Eine Stahlbetonwand. Nee, kann man auch Milchreischen mit Vanille. In dem Fall nicht mehr zeigen. Wat? Milchreis mit Vanille. Geil. Was machen da die... Oh oh. Oh oh. Äh. Da stellen jetzt so komische Dinger in meinem Tunnel hier. So eine... So eine Barriere oder unten 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 unten. Ja, so, 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 so. Feste Barrieren Dinger. So, hab's aber. Ja, bei manchen... Bei manchen kannst du einfach durch. Bei manchen hast du... Bei manchen kannst du einfach durch. Bei manchen hast du... Ich bin dabei. Ja, mach noch eine Zeit Siegentour. Ah. Na, was haben wir denn hier schönes? Ah. Aber jetzt müssen, Alter. Schon mal eine PvP ist schon viel weniger. Oder die restlichen Ränge, Alter. Der... Schleißes Hochpusht ist ja klar hier im PvP mit Deathmatch. Wenn's so um die Ränge geht. Oh, Beton, Mann. Klatsch. Der durchs Ziel durch und direkt an die Wand geht, klatscht. Oh, die Ziele reicht, passt doch. Ja, genau. So, jetzt fliege ich oben drüber. Kein Bock auf die Scheiße da unten drinnen. Ah, nicht mal den Turbo, Alter. Ja, ich booste doch schon, ne? Schneller geht die Krücke ja nicht. Da. Drei. Zwei. Eins. Und Feierabend. Easy. Na, immerhin 25xb gute Arbeit hab ich gehalten. Sind freundlich. Ja, schöner Müll und Milchlöffel. Ja, gute Arbeit ja geil. Ja. So, jetzt aber. Jetzt ist sie bestimmt kaum mehr gleich dran. Weißt du, wenn nicht ist sie einfach dran. Fertig. So, komm auch, Mann. Hallo, Carmen, halt dich bereit, ne? Carmen? Hm. Der Mieter ist aus. Morgen. Ja, siehst du, es passt ja eh. Du bist dran. Willst du alle drei fahren, äh, reinschleppen? Hm. Nächstes Flücht. Na, kriegst du die meisten Punkte. Hm. Wer ist denn überhaupt zusammen? Splinter. Die mit Jörg und Suri, ne? Jo. Und Carmen und Splinter, ok. Jetzt. Oh, die haben sie zuhle. Ui. Der Mieter hat die Flagge. Ja, man könnte es ja auch so machen hier. Äh, dass Carmen ein einzeln Dreh macht hier und Splinter die zweite. Ja. Ja, weil, so geht es eigentlich am schnellsten. Äh, äh, äh. Äh, äh. Aber, okay. Ich gehe ja gut nebenbei mal die Steuerung nur so ein bissl verfeinern hier. Den ganzen Scheiß, was hier rumsteht. Hehehe. Oh, Moment, jetzt kann man mich schüttzt erstaunen. Enthalten. Ich spüle mal Rücksturz zur Erde. Bähäm. Geil. Das geht nicht, schade. Super, lecker, lecker. Die Kappeler sind im Kühlschrank. Noch ihn holen, noch nü. Ich glaube, das ist ein Lose. Oh, da kann man wieder ausgestern. Geil. Ich muss wieder alles kaputt machen. Ah, ich geh mal da hinten Fernsehen gucken. Mal gucken, was da gerade läuft. Oh, toll, verlassen die Kopfzone. Echt jetzt? Scheiße. Ich weiß, ich war in Ruhe von Sekunden ganz sicher. Ah, selbst im All läuft nur Scheiße. Ja, siehst du, Carmen, geht doch. Wir müssen uns vor ein bisschen vorsehen von dieser Spielerinnen. Die hatte ich schon zwei Punkte hier heute in der Runde. Am besten ins Kreuzfeuer nehmen. So spannend wie der 8, 8, 9, 7, 9. Ich klinge aber auch mal drauf. Hier, hier, hier. Asteorin. Oh, der muss ganz klar wieder hier Carmen fliegen. Was? Was? Oh, oh. Ihr beide wieder. Ja. Ja. Ist ja wie ne Arbeit. Na, da sind wir hier und da sind wir untereinander, sonst sind wir nebeneinander. Das ist ja untereinander wäre ein bisschen komisch. Ich mach's ganz einfach. Was? Der als erstes da ist, darf zwei Flaggen noch. Ja, mach halt. Mach halt. Das war so klar. Da war der Boost rein gehauen, wa? Ja. Vollgas. Ach ja. Aber warum fliegst du vor meiner Schnauze schon wieder vorbei? Ich? Ich dachte, das Ziel ist woanders. Ne, da hinten. Da bin ich ja gleich da. Ja. Ja. Aber mir steht hier ganz dick ausliefern. Also schätze ich mal muss ich da hin. Ja. 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 Scheiß, wohin ist das Tor da nochmal? Da ist er! Weiß ich, irgendwo hier? Ich hab mal einmal gewischt in die. Geh mal ab, ich weiß nicht, wo das Tor ist. Ach da, direkt vor mir, höhleu. Oh Mann. Ich bin hier grad noch am durch die Gegend bouncen. So ist er die Pinball spielen mit deinem Schiff und den Asteroiden. Dong 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 dong. Das hab ich aber gefühlsmäßig grad gemacht. Oh Mann. Ist ja eigentlich ganz entspannt hier, das PVP mit dem Boosten. Da kann man immer schöner nebenbein auf den Klo gehen oder sowas hier. Nehmenbein auch Knüffeln auf dem Handy. Ja. U-Porn, alles drin, ne? Oh oh. So, beleg jetzt Rang 10. Ja. Blinde da ebenfalls. Ach so, wie hat's hier, stimmt. Also 10 bildet ihr heute auch noch, ne? Bei Carmen Fetner... Oh, guck mal bei euch ist das. Böbelding da ausgefüllt. Böbelding. Ja, ich wollte jetzt nicht OB sagen, aber... Jörg, du hast ne Parfümflasche. Ah, stimmt. Unser ist der, der auf dem Kopf stehender Diamant. So, Sori, wir beide wieder. Willst du wieder die erste, ich die zweite... Trifft sich gut. Ich geh mal ganz fix pinkeln. Gleich wieder da. Auf Spaß. Dann mach mal das so rum. Jörg, ich riech, ob du geraucht hast, oder nicht, ne? Auf den Filmen, oder? Hör, ich werd auch mal wieder zu außen treten, ich brauch Wasser. Sori, wo bist du? Du siehst die Fahne direkt vor mir. Ich bin nicht so nah dran gespawnt wie du. Jetzt schiebt es wieder auf den Spawnpunkt. Natürlich. Alter! Was los ist? Naja, seit ich die Flagge eingesammelt hab, hat's mich bis jetzt durchgehend gedreht. Da bist du wohl mit dem Arsch irgendwo hin geblieben. Da hast du kein Treib bekommen. Minimal. Ich sollte doch wieder das Anfängerraumschiff nehmen. Mit dem hat man da nicht so Probleme gehabt, wenn man in die Wand geklatscht ist. Hier ist das so. immer diese piraten am besten du nimmst du die abkürzung durch den tunnel das hat nun ist irgendwo gegen knallen ein bisschen tricky erstens komme ich auf der anderen seite halt immer noch raus nur halt bei uns was das hat nicht gezählt nein ich meine dass neue flagge einsammeln ich bin da nicht zu beschützen nicht zu besuchen nicht zu entspricht nicht zu entspricht nicht zu entspricht aber die Immer diese Raucherhusten, schrecklich. Mal gucken, Suggi, vielleicht hat's aber nicht schon gereicht für Level 10. Bibi! Welcher von euch hab ich abgeschossen? Versucht. Ja, ja. Vielleicht gerade so nicht für Level 10. Naja, das nächste Mal dann. Ja, genau. Wir sehen uns im Deathmatch, Carmen. Ah, der andere, wer ignoriert, wo ist die Carmen? Kein Problem. Carmen und Splinter, wa? Nee, Splinter. Wieder mal. Jo. Willst du, oder? Du musst auch noch ein bisschen leveln. Ich schätze mal, es war 53, als sie bei weit vorher, bevor wir die 250 Abschüsse haben. Schätze ich mal. Ich hab wieder nicht drauf, wer jetzt mit wem zusammen? Carmen und Splinter. Okay. Also Carmen ist bestimmt diejenige, die wieder die Flaggen holt, dann müssen wir uns auf Splinter konzentrieren. Gibt's hier was zum zerstören? Nö. Toll. So langweilig. Alle auf, Carmen. Einen schönen Bogen fliegst du da, Carmen. So. So. Was mein, wenn du hier, Queen's Quest. Okay. Nee. Ha. Ich mein, gegen Splinter. Wenn wir grad hier schon nichts zu tun haben. Gleich. Carmen, soweit wollte ich dich da nicht runter schießen. Tut mir leid. Je nachdem, wie ich die Runde rausfülle. Ah, so. Ich hab' beinahe die Carmen abgeschossen. Hilfe. Wochen später hättest du noch davon erzählt. Queen's? Monat. Ich bin echt nicht nachtragend. Ja. Hey Luke, sag mal an. Queen's Quest 2 da nicht, oder wat? Was? Ich find' ja auch die Queen's Quest 2. Was ist mit Queen's? Platinure. Fast. Jo, zwar ein Tick länger, aber. Sisi. Da kommen wir jetzt. Badeln die Wunschüsse. Hallo. Könnte ich nicht arbeiten. Oh, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Was jetzt passiert? Oh. Das ist ja eine Wunschüsse. Hast du mir schon geschickt? Echt? Warte, warte. Mein Fernseher hat echt gut zu tun von den Backelbildern. Stimmt. Ist schon eine Wunschüsse. Danke. Danke. Wenn ich dieses Wackeln des Bildes stören sollte, kannst du es aufstellen. Naja, das Wackeln des Bildes kommt daher, dass ich dann einfach an die Kante schleudern, an die Kante schleudern, an die Kante schleudern, an die Kante schleudern, an die Kante schleudern und das innerhalb von einer Sekunde nur mit 20 Wänden. Kontrollier das mal. Es geht. Wir können das alles sowieso nicht. Ja, ich übe ja noch. Genau. Oh mein, ich bin schon da. Toll, ein Meter vor der Tempoerhöhung. Prozent 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 100 XP Überlebenskünstler als sie kaum nicht die Lobos Idee ihr zwei erachten nicht scheiß an das hoffen das ist so zusammenkommen dann können wir eine dampfen Ja kommt eh gleich wahrscheinlich Ich hoffe doch Warum bin ich jetzt alleine hier in der Lobby Was? Verbindungsfehler Ich hab ebenfalls einen Verbindungsfehler ja Jörg auch Hurra Ich hab nicht alleine Weiter Arena Ey immer noch besser als ein Blue Screen ne? Ja CQC Championship Ich hab's mal vertont Also ich warte noch in der Lobby Ich bleib noch drin Naja wieder das ungenausspiel Capture the Flake Das haben wir alle Reset auf Rang 1 Die Zeit kann ich ja nutzen um meine Dampfer mal nachzufilmen Mit lecker lecker sweetbomben Boah das klingt schon so süß Ja ist auch süß Ist ein süßes Liquid Ah das ist ja gerade guck mal an hier Äh Jörg willst mich verarschen? Musstest du das jetzt sagen? Was ist los? Wieso? Hä? Kannst du nicht einmal die Fresse halten? Wie kommt denn das für stand der jetzt? Das freut mich jetzt gerade auch Das freut mich jetzt gerade auch Ja hu dann ist jetzt klar ne? Tabel und Sori Wie? Wie? Wo bist du es wieder bei 1? Das schneide ich nicht Keine Ahnung Hä? Du hast doch den Speicherstand gar nicht gelöscht Nein Diesmal nicht Komm 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 Wer ist denn hier zusammen überhaupt? Wir haben dich Wir haben nur nicht Äh Ich verstehe es gerade nicht Jörg hat es darauf geschworen Mhm Jörg ist immer schuld Aber das ist ja schon ein bisschen krass Die Daten wenn dann auch in Server gespeichert wurden Und dann bei dir jetzt Ne Normalerweise ist es schon Aber so ist es auch schrecklich Ist Jörg gerade Äh Wenn Jörg aber immer nur liest in jedem Match Keine Ahnung hat sie immer verlieren Tja Ich bin einfach nicht falsch Also wenn du Glück hast Ist es in Ursurchsinn und Anzeige gepackt Also nachdem ihr das Spiel dann hier Der alte Stand hergezogen wird Und du dann 10 wirst Ne Ist nämlich hier gerade bei Reddit Weil alles andere wäre jetzt echt ein bisschen beschissen Fliegst raus Gehst wieder rein Und gehst wieder auf Null ey Meint ihr das ist ein Bug den man melden könnte? Du kannst nach dem Spiel mal auf deine Statistiken drauf gehen Mal gucken was da rauskommt Was er da anzeigt Oder mach da mal folgendes Du kannst ja wenn du gerade nicht irgendwie In der Flagge unterwegs bist Mal ins rechte Menü reingehen Aufs Haus Symbol Und dann siehst du ja Ob da immer noch äh Planlos steht mit 0% Oder ob du da schon Potenten zusammen hast Im rechten Fenster Ganz unten Au Au Ha Hm Scheiße Bin mal wieder zu weit raus Ja sonst find ich da nix von wegen D-grade Das ist komplett Internet sagt gar nix Den ist ja jetzt komisch Wann warum ein wenig Fahrwerk nicht ausführen und hier landen Ja Hahahaha Du hast mal reingeschaut ins rechte Menü Was er dir da anzeigt Moment ich bin dabei Äh Autsch Hä Null wie kommt Armlos Battlearm Total planlos Hilflos Null prozent überall Hä Hä Hilflos kommt ja nach planlos ne Oder wie Womit tippt man an Nee das sind die einzelnen Dinger Äh Kampffragen null prozent Handelsrang Null prozent Null prozent Äh CQC rang Null prozent Da muss sie gucken Okay Vielleicht dann auch mal hier da äh Spiele starten oder so Ja Und im normalen Spiel warst du noch nie drin ne Doch einmal Okay Vor deinem Commander löschen oder danach Äh Davor und danach Ja okay Dann passt da eigentlich normal raus Wenn du jetzt eingehen hast du den Server nicht gestaltet hat, dass du da bist Ne Also Dachte ich vielleicht jetzt Du weißt Idee Ansonsten klickst du mal auf Start an alle Programme, Diploment Manager Ne Oh ne Auch von Arbeit zu gehen Ja aber ich finde auch gar nichts ne Also wenn du auf Deutsch auf Englisch Ranking Rate Hat bisher noch nie einer was gefragt Außer ob mit der Zeit halt hier die Ränge runtergestuft werden Aber Aber Sonst hat er irgendwie nie ein Problem gehabt anscheinend Und das Spiel ist ja nicht grad neu Das ist etwas besonderes Ja 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 Das ist ja doch Ja 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 genau Ja genau Ja genau Und klar dann kommt die gleich hoch in den Speicher Das ist ja schon mal Dann sind wir ja gleich mehr oder weniger bald durch Wobei ich glaube so ja glaube ich drei Siege mehr wie der Rest Ich habe diese Trophäe auch noch nicht mit den Siegen auch 10 Siegen Ja 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 die werden jetzt hier die nächste was ich da hier 5-6 Spiele kommen bei allen Und jetzt noch bis dahin Oh da kann man ja gar nicht durchfliegen Nein Abbremsen Nein Halt Halt Toll Das sah so aus wie man da durchfliegen kann Pfff Bearsche hier Oh da hinten ist Wernse ja Du kannst Durch jeden Tunnel durchfliegen Du musst Manche haben Hindernisse Manche nicht Das war kein Tunnel Das war einfach nur so eine rote Luke Ich weiß nicht Da kannst du nicht wegfliegen Da kannst du das zu stören Moment Ich krieg so einen Schönen Waschmann Decke gelebt Boom Geil Ja Dankeschön dumme Aua Das ist nicht schade Das Spiel will mich verarschen Warum? dann schiebt er die daten nicht nach front hier so halt mal sagen so wird die platin eher unmöglich da gerne haben wir mal kurz weil wir wollen ja eh noch eine weile mit der trophy mit der team das match jeweils normale was ich da hier bei private spielung wie so ein scheiß rein und macht einfach mal eine mission oder so dass er da hier mal so eine aktivität da hast mir weniger als ein commander hier gültig ist mehr oder weniger ich könnte höchstens mal kurz hier irgendeine mission machen das kann ja lustig werden also macht einfach hier soll die diesen daten transfer das einfachste man muss von a nach b fliegen ja die posten alle nur hier gibt ein ding zur zähne und so ein scheiß auch nix hier mit commander aber ich habe doch schon mindestens zehn zehn mal gewinnen musst du team das match also ich habe hier ich habe fünf siege bei capture the flag statistik und dann runter zu capture the flag siehst du brauchst bei allen modis zehn siege dann hast du alle trophies was die siege betrifft ja ich brauche noch vier siege ja wir sind jetzt eh dran splinter weil wir sind jetzt die low bobs dank mir alles ist die speierl das war ich für den arsch ja das jahr zumindest kommt mir dafür sorgen dass wir zumindest noch die trofäe bekommen die so jetzt schon hat wir haben ja auch fünf ja gut ja das so ich glaube das ist nichts mehr wenn er als wünschende mission macht weil die müssen ja dann speichern eigentlich ja da ist ja der kommander kommander normalerweise auf jeden fall bei frontier so weil die zahlen in dem dann das ist sonst nicht schallt wenn du nie offline gespielt hast also offline anführungszeichen schauen was bei rauskommt ja sie bloß hier das seit ihr ins forum da rein sollst und dann wieder so ein bug ticket auf waren sollst ob ja weil mein beweis video haben wir ja das ist ja nicht das problem mal wer war das und ich habe ja klar ich habe ja klar die kamen die kamen und und fang mal Cool, mein OB ist auch voll Jetzt gucke ich aber noch mal nach Statistik, jetzt bist ja hier Capture Flag, 6 Siege, ja Team Deathmatch 1 Sieg, wow Team Deathmatch 3 Siege Ja, eher wie der Cheater, ne Oh, ich hab die FS3 Condor So, ich und Carmen Ah Es gibt bei Twitter hier die Frontier, äh, Underline Help Zum Anschreiben Sag, wie du möchtest Ich zuerst, du zuerst Ich glaube, sie hat den Mund voll 3, 2, 1 Oh Soll ich sie mit euch nehmen? Die Damen? Oder wer zuerst da ist, der nimmt sie Ich kann sie einfach Ja, sorry, Dono, schau mal kurz mal über Twitter Frontier an, ne? Ja So, ich hab sie Ich hab grad sagen, du hast gewusst, oder? Er hat die Flagge Äh お wточ心 Der Muthereint Er hat die Flagge Der Mutur Er hat die Flagge So, ich hab dir auch mal geschrieben. Okay. Jo. Freund hier, was du mein Muttschleuer wieder kannst. Oh Scheiden, alles klar. Wo ist er? Ach der Robot, guck mal an hier. So, alle Böbel ist auf Waffen. Komm doch. Nö. Schieß doch. Schieß doch. Da sehen wir, wie schnell eine Runde vorbei ist, wenn ihr nicht mit dem Team habt. Hm. Bin mal gespannt, ob die es zurückschreiben. Also wann und ob. Nö. So, sechs Siege. Äh. Äh. So. 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 So zehn. So. 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 so geflogen Prozent 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 zum Vorschlag Na, solange es keine ganze ist. Ich hab zwar ne große Klappe, aber so muss auch nicht. Was? Nix. Wie ein Little Tech. Mann, 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 Mann. Äh. Nen, oder was? Tschüssi. Ach ja. Das ist auch so komisch hier. Er kriegt die Trophy hier, ne? Aber Rang und sowas hat er nicht mitgenommen. Das gibt keinen Sinn. Darf es eigentlich wieder eine Mission? Sorry. Ähm. Naja. Weil noch ist Robert ja da, ne? Theoretisch. Wie, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich kann euch grad nicht schäuten. Ich bin die Suche zentriert und abschüßt. Ja. Was ist denn los mit mir, Jörg? Ja, aber er meint so, naja, klappt mit der Mission und so. Na, kurieren bist du? Die brauchen wir doch, äh, da muss man doch nur zur Station fliegen und die Quest abgeben. Ja. Schon. Welche Mission hast du angenommen, Sori? Ja. Irgendeine Kurierkacke. Ja, da musst du einfach nur von der Station los zum Quest gehen, äh, zu ziehen und hindüsen und die Quest abgeben.